Hallo, herzlich willkommen zu unserem virtuellen Studieninformationsabend hier an der Hochschule Midweida. Ich bin Max, ich bin Studienberater hier an der Hochschule Midweida und ich werde euch jetzt die nächsten anderthalb Stunden durch diesen Abend begleiten. Warum der Abend virtuell stattfindet, könnt ihr euch alle denken, wissen wir alle. Wir hoffen, dass das Angebot unseren normalen Infoabend ein bisschen ersetzt und dass ihr euch gut informiert fühlt an dem Abend. Kurz zum Organisatorischen. Unser Infoabend besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Diesem YouTube-Livestream, auf den ihr es jetzt schon alle geschafft habt, der geht anderthalb Stunden von 18.30 Uhr bis 20 Uhr und zum anderen Teil aus virtuellen Informationsständen, so kann man sagen. Die beginnen um 19.15 Uhr, also in einer dreiviertel Stunde knapp und dort stellen sich verschiedene Fakultäten und Fachbereiche und Studiengänge aus der Hochschule vor, halten kleine Präsentationen zu den Studiengängen und dort könnt ihr eure Fragen sozusagen loswerden. Jetzt die erste dreiviertel Stunde geht es hier auf YouTube um das Thema, wie funktioniert Studieren. Ihr könnt es schon lesen. Es geht um einen Studienkompass allgemein, was kann ich bei uns an der Hochschule studieren, was bedeutet es zu studieren und so weiter. Darum geht es jetzt die nächste dreiviertel Stunde und im Anschluss beantworte ich gerne noch weiter eure Fragen, die ihr hier im Live-Chat, auf der Seite, die ihr hier im Live-Chat direkt stellen könnt. Also scheut euch nicht, fragt, nutzt die Gelegenheit und macht das genauso, wenn ihr an unseren virtuellen Studien, an unseren virtuellen Infoständen steht. Also es sind alle Fakultäten vertreten. Viele Studiengänge sind dabei. Wir hauen euch den Link auch gleich hier nochmal rechts in den Live-Chat und dann würde ich sagen, verschwenden wir gar nicht viel Zeit. Fangen wir an mit unserem Studienkompass, wie funktioniert Studieren. Fangen wir mal mit einer groben Orientierung an. Grundsätzlich, vielleicht habt ihr jetzt Abitur gemacht oder ihr seid in der 11. oder in der 10. Klasse, steht ihr irgendwann vor der Entscheidung, wie qualifiziere ich mich weiter nach der Schule, um später eine Karriere zu machen. Da gibt es in Deutschland grundlegend, ganz grundlegend zwei Möglichkeiten, nämlich Ausbildung und Studium. Also da gibt es natürlich auch noch Gap hier, ein freiwilliges soziales Jahr, ganz viele Möglichkeiten. Bei uns soll es heute natürlich um das Studium gehen und schon allein das ist eine Riesenaufgabe, sich dort zurechtzufinden. Wir haben in Deutschland rund 20.000 Studiengänge, etwa die Hälfte davon sind Bachelorstudiengänge, also die grundständigen Studiengänge. Schon allein das ist eine riesen Masse an Möglichkeiten, die ihr dort habt und durch den Dschungel möchte ich euch heute so ein bisschen führen. Wo kann ich denn überhaupt studieren? Es gibt in Sachsen grundlegend diese drei Arten von Hochschulen, die ihr hier seht. Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Berufsakademien. Also immer wenn man von Hochschule spricht, ist die Hochschulart noch gar nicht klar. Hochschule ist ein Überbegriff. Diese drei Hochschularten vergeben alle die gleichen Abschlüsse, aber sie unterscheiden sich in der Art, wie sie die Studierenden ausbilden. Universitäten bilden eher theorie- und forschungsorientiert aus. Es ist also eher ein etwas theoretischeres Studium, bei dem ihr maßgeblich auf eine Karriere in der Forschung ausgebildet werdet. Die Berufsakademien machen das Gegenteil. Dort macht man eine Ausbildung und ein Studium parallel. Und die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, was auch die Hochschule Midweida ist, wir gliedern uns genau dazwischen an. Das heißt, bei uns habt ihr ein sehr fundiertes theoretisches Wissen, auch eine Wissenschaftlichkeit im Studium, macht aber vieles von dem, was ihr theoretisch lernt, auch praktisch bei uns. Das gilt für alle Studiengänge. Da komme ich später nochmal genau drauf. So werdet ihr optimal auf den Arbeitsmarkt vorbereitet, seid also nicht nur reine Theoretiker, sondern könnt direkt auch nach dem Studium in den Job einsteigen, seid sozusagen auch nutzbar für das Unternehmen, habt aber auch gleichzeitig so einen wissenschaftlichen Ansatz, um zum Beispiel auch in höhere Positionen im Unternehmen einzusteigen. Das heißt, die Abschlüsse sind alle gleich, nur die Art der Ausbildung unterscheidet sich. Und da solltet ihr schon das erste Mal überlegen, was passt vielleicht am besten zu mir. Wenn ich in der Schule mir mein Wissen gut selber erarbeiten konnte, gut aus Büchern lernen konnte und vielleicht nicht unbedingt die Praxis braucht, dann ist vielleicht die Universität eher was für dich. Wenn du so ein bisschen den praktischen Anteil mit brauchst, dann wäre die Fachhochschule, die Hochschule für angewandte Wissenschaften, die richtige Entscheidung. Was bedeutet es zu studieren? Dazu habe ich euch mal drei Fragen mitgebracht. Wir fangen an mit, was ist ein Studium? Ein Studium ist sozusagen der erste Schritt auf dem Karriereweg. Es qualifiziert euch ganz, ganz breit und das ist auch der wesentliche Unterschied zur Ausbildung. Wenn ihr eine Ausbildung macht von drei Jahren, dann qualifiziert ihr euch für einen Beruf. Ihr kriegt am Ende sozusagen euer Zeugnis, so möchte ich es mal nennen, das euch für einen Beruf qualifiziert. Beim Studium ist das ein bisschen anders. Ihr seid breiter aufgestellt in euren Möglichkeiten. Das heißt, ihr studiert und habt danach eine größere Auswahl an Jobs und seid etwas breiter aufgestellt in eurem Wissen. Es ist aber der erste Schritt auf dem Karriereweg. Das heißt, das Studium qualifiziert euch so, dass ihr damit arbeiten könnt, aber es muss nicht, ihr habt dort nicht euren Beruf erlernt, den ihr zwingend euer Leben lang machen müsst. Das heißt, mit so einem Studium kann man natürlich auch durchaus nochmal die Branche ein bisschen wechseln. Ist das Lernen und Arbeiten an der Hochschule so wie in der Schule? Da müsste man jetzt bei den Hochschularten, die ich euch gerade gezeigt habe, nochmal ein bisschen unterscheiden. Ich beziehe mich jetzt nur auf die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, also auf Mittweida sozusagen. Und da kann man sagen, ist der Unterschied gar nicht so groß. Woran liegt das? Zum einen sind wir eine sehr kleine Hochschule. Wir haben zwar knapp 7000 Studierende, das klingt viel, ist aber im Vergleich zu den großen Universitäten in Sachsen oder auch deutschlandweit wirklich eine kleine Zahl. Und das spiegelt sich auch in unseren Studiengängen wieder. Unsere größten Studiengänge haben so knapp 100, 120 Studierende und mehr können es auch gar nicht sein, denn unser größter Hörsaal hat nur so viele Plätze. Und das äußert sich eben dann in kleinen Gruppen, die ihr im Studium habt. Und dadurch habt ihr auch die Möglichkeit, sehr eng mit eurem Professor oder mit eurem Dozenten zu interagieren. Und das ist schon sehr ähnlich zur Schule. Und hinzu kommen natürlich auch diese Unterrichtsarten, die ich euch hier mitgebracht habt. Das sind also verschiedene Arten von Unterricht, die ihr in der Hochschule habt. Vorlesung, das ist so das Klassische, was man sich vielleicht darunter vorstellt. Das ist Frontalunterricht sozusagen. Ein Professor referiert, erzählt etwa anderthalb Stunden meistens zum Thema der heutigen Stunde. Ihr nehmt das Wissen auf, schreibt mit, macht euch Notizen. Dann gibt es das Seminar. Beim Seminar werdet ihr in kleinere Gruppen geteilt. Die Vorlesung habt ihr also meistens mit allen zusammen mit eurem ganzen Jahrgang. Beim Seminar werdet ihr in Seminargruppen geteilt. Das kommt auch weiter unten nochmal hier auf der Folie. Das ist wie eine Art Klassenverband. Sind je nach Studiengang so zwischen 10, 20 bis 30 Studierende ungefähr. Und da habt ihr das Seminar. Dort können Fragen gestellt werden. Es wird das Wissen aus der Vorlesung nochmal diskutiert. Es können Übungsaufgaben gelöst werden. Und dann gibt es Praktika. Und das ist der Teil, wo es dann wirklich praktisch wird, wo unsere Biotechnologen in die Labore gehen, wo unsere Medienmanager und Medientechniker in das Studio gehen, wo unsere Forensiker vielleicht am Computer eine Tatort rekonstruieren. Also das ist dann wirklich der Teil, wo es praktisch wird im Studium. Und viertens, das ist so ein bisschen in Klammern, sage ich mal, ist das Tutorium. Das ist so eine Art studentische Nachhilfe. Also wenn jetzt wirklich mal ein ganzer Jahrgang ein bisschen Probleme mit einer Vorlesung hat vielleicht, dann kann sich ein Tutorium bilden. Das heißt, ein Student aus einem älteren Semester bietet ein Tutorium an und erklärt das Wissen der Vorlesung nochmal mit seinen Worten sozusagen. Eine Art Nachhilfe. Und dann die dritte Frage. Gibt es Klassen- und Stundenpläne? Die Frage haben wir schon zur Hälfte geklärt. Klassen, so eine Art Klassen gibt es, nämlich die Seminargruppen. Und Stundenpläne, habe ich so gemacht, habe ich so geschrieben, gibt es nicht überall, aber eben bei uns. Das ist auch wieder anders bei den anderen Hochschularten. Bei den großen Unis baut man sich sein Studium in der Regel eher so ein bisschen selber zusammen. Muss also gucken, wo ist welche Vorlesung und kriege ich denn da noch einen Platz? Bei uns kriegt ihr einen fertigen Stundenplan. Das heißt, es ist im Prinzip genauso wie in der Schule. Ihr habt eure App. Das ist die Ansicht, die ich euch hier mitgebracht habe. Das, was ihr hier seht, ist also die Ansicht in unserer Campus-App. Und dort wisst ihr also jeden Tag ganz genau, wann ihr wo welches Fach bei welchem Dozenten habt. Und das ist für das ganze Semester, also für ein halbes Jahr, vorgeplant. Und das macht es eigentlich sehr komfortabel bei uns. Welche Abschlüsse gibt es? Bei uns an der Hochschule Midweida kann man diese drei Abschlüsse machen. Das sind die gängigen Hochschulabschlüsse. Es fehlen die Abschlüsse wie Staatsexamen. Die vergeben wir nicht, aber ansonsten könnt ihr bei uns alle Abschlüsse erwerben. Die meisten von euch werden mit einem Bachelorstudium beginnen. Das Bachelor- und Master-System bildet heute die meisten Studiengänge ab. Ein Bachelor ist also ein grundständiges Studium. Das ist das, mit dem man nach der Schule beginnt und geht bei uns sechs bis acht Semester. Die allermeisten gehen sechs, einige wenige gehen sieben. Und so berufsbegleitende Angebote, also wo man arbeitet und also einen Beruf hat und studiert nebenbei, die gehen acht Semester, weil die natürlich nicht so viel Zeit haben zu studieren. Die allermeisten gehen aber sechs Semester, also drei Jahre. Nach drei Jahren hat man das Studium abgeschlossen. Und man kriegt, man sammelt dabei Credit Points. Ein Credit Point ist so eine Währungseinheit sozusagen und gibt in etwa an, wie viel Zeit ihr in euer Studium investiert habt und wie viel Umfang das Studium hat. Ein Bachelor hat mindestens 180 Credit Points. Das heißt, bei allen Bachelorabschlüssen von bei uns kriegt ihr mindestens 180 Credit Points, was auch für die meisten Master ausreicht. Das heißt, nach dem Bachelor kann ich ein Masterstudium oben drauf setzen. Das muss ich nicht. Der Bachelor qualifiziert mich wunderbar für einen Beruf. Damit kann ich rausgehen und arbeiten. Aber wenn ich vielleicht als Forscher tätig sein will oder mich etwas höher qualifizieren möchte, um vielleicht auf der Karriereleiter doch noch ein Stückchen höher zu krabbeln, kann ich durchaus noch ein Master machen. Geht dann nochmal zwei bis vier Semester, je nachdem, wie lang euer Bachelor auch schon war. Und der qualifiziert euch dann eben noch ein bisschen höher. Gibt es auch zwei Möglichkeiten, wie man so ein Master machen kann. Mit welcher Intention? Entweder ein konsekutiver Master, der also inhaltlich sich auf den Bachelor bezieht oder ein weiterbildender Master, der sozusagen den Horizont, den Wissenshorizont nochmal ein bisschen in eine andere Richtung erweitert. Und mit einem Master dürfte ich auch promovieren. Das heißt, dann darf ich auch einen Doktortitel machen, wenn ich das möchte. Also eine Promotion ablegen. Heute nicht mehr ganz so verbreitet in vielen Bereichen, aber bei uns trotzdem noch aktuell und auch in vielen Branchen noch aktuell ist der Diplomabschluss. Geht bei uns Hochschulen für angewandte Wissenschaften acht Semester, also vier Jahre und ist gerade im Ingenieur- und Wirtschaftsingenieurbereich noch sehr anerkannt. Also auch da gibt es Angebote bei uns. Ist auch ein grundständiges Studium, also das, mit dem man nach der Schule anfängt. Ihr seht das hier auch nochmal rechts in dieser Abbildung, wie lang die Studiengänge sind. Und der Master ist dann sozusagen der höchste Abschluss, den ihr bei uns machen könnt an der Hochschule. Natürlich kann man auch promovieren, aber das ist noch sehr weit weg. Darauf komme ich heute nicht zu sprechen. So, und jetzt gibt es neben diesen Abschlüssen noch ganz oft so diesen Begriff der Akkreditierung. Wenn ihr euch bei Hochschulen informiert, da steht ja ganz oft Akkreditierter Bachelor. Und da möchte ich euch kurz erklären, was sich dort dahinter verbirgt. Da interpretiert man manchmal vielleicht ein bisschen mehr rein, als es möglicherweise ist am Ende. Ihr dürft Akkreditierung nicht mit staatlicher Anerkennung verwechseln. Das heißt, alle Studiengänge an der Hochschule Midweider und auch an allen anderen staatlichen Hochschulen in Sachsen sind staatlich anerkannt. Also das sind ganz normale, echte Studienabschlüsse, so möchte ich es mal nennen, unabhängig davon, ob sie akkreditiert sind oder nicht. Eine Akkreditierung ist eine Überprüfung des Studienganges auf bestimmte Kriterien durch eine externe Kommission sozusagen. Das heißt, da kommen Leute an die Hochschule und gucken, ob der Studiengang bestimmte Kriterien erfüllt. Zum Beispiel ist das Studieren mit Kind möglich, also wenn ich ein Kind habe oder bekomme im Studium, ist das Studieren in besonderen Lebenslagen möglich, passt die Ausstattung der Hochschule zum Studiengang, passen die Ausbildungsinhalte zum Ziel des Studiengangs und so weiter. Aber so eine Akkreditierung ist keine Pflicht sozusagen. Also das kann jeder Studiengang so ein bisschen für sich entscheiden. Deswegen ist nicht jeder Studiengang bei uns akkreditiert. Das ist aber kein Qualitätsmerkmal in dem Sinne. Also es sollte also nicht eure erste Entscheidung bei der Studienwahl sein, nur weil ein Studiengang nicht akkreditiert ist, den dann nicht zu wählen. Aber das ist bei uns sowieso bald kein Thema mehr, weil in Zukunft werden alle Studiengänge an der Hochschule mittlerweile akkreditiert sein. Nur sollte euch der Begriff über den Weg laufen, lasst euch von dem nicht zu sehr irritieren. Jetzt wisst ihr ungefähr, was damit gemeint ist. Wie informiere ich mich? So wie ihr es macht, ist es eigentlich perfekt. Direkt die Angebote der Hochschule nutzen. Dort kriegt ihr Informationen aus erster Hand. Aber wer vielleicht jetzt heute zufällig bei uns vorbeigekommen ist und sich noch ein bisschen breiter informieren möchte, kann diese Portale und diese Medien hier nutzen. Das sind so ein paar Empfehlungen von mir. Als Website Hochschulkompass ist es das Bild ganz von euch aus gesehen links. Das ist eine Website, wo alle Studiengänge Deutschlands weit drin sind. Und bei dem Portal könnt ihr euch also auch sicher sein, dass die Inhalte stimmen, weil das Portal wird durch die Hochschulen selber gepflegt, sozusagen. Also das, was im Hochschulkompass steht, stimmt im ganz großen Teil. Das ist bei anderen Portalen nicht unbedingt gegeben, was es noch so alles online gibt, weil die sich zum Teil die Inhalte selber zusammensuchen oder eben nicht so regelmäßig aktualisieren. Wer es gerne analog mag, kann auch wunderbar den Zeitstudienführer sich am Kiosk kaufen. Der kostet ein bisschen Geld, schindet aber bei Mutti vielleicht auch ein bisschen Eindruck, wenn ihr den auf dem Schreibtisch liegen habt. Auch ein sehr gutes Medium, gibt es auch digital. Von der Bundesagentur gibt es dieses grüne Heft. Oder wer in Sachsen studieren möchte, wer das schon weiß, kann auch bei Pack dein Studium gucken. Das ist sozusagen alle sächsischen Hochschulen zusammen in der Kampagne. Das also so ein paar Empfehlungen von mir, aber vielleicht nach dem heutigen Abend müsst ihr das vielleicht gar nicht mehr machen, sondern habt euch schon für ein Studium bei uns an der Hochschule entschieden. Jetzt kommen wir vom Allgemeinen mal ein bisschen ins Konkretere. Studieren an der Hochschule mit weiter. Ich habe euch mal ein paar Bilder und ein paar Schlagworte sozusagen mitgebracht, die für unser Studium stehen. Ihr seht bei den vier Bildern, das sind alles Studierende oder Mitarbeiter von uns. Ich glaube, es sind sogar alle Studierende aus verschiedenen Fachbereichen. Ihr seht, das ist ganz, ganz breit aufgestellt. Wir haben Studiengänge in den Bereichen Management, Wirtschaft, Informatik, Naturwissenschaften, Medien, Kultur, Sprachen, Soziales und Technik. Zum Beispiel das dritte Bild, das ist die Geniat, das ist eine Studentin in der Biotechnologie. Hier gleich neben mir seht ihr Tom beim Medienforum, eine Veranstaltung, die unsere Medienstudenten organisieren. Das zweite Bild ist im Studiengang Maschinenbau zum Thema 3D-Drucken. Diese Figur wird also gescannt und anschließend gedruckt. Und ganz vorne seht ihr einen unserer Fahrsimulatoren, was zum Beispiel im Studiengang Medieninformatik im Thema ist. Also ihr seht, ganz, ganz breit aufgestellt. Und jetzt gucken wir mal, was es ganz genau für Studiengänge gibt. Ich habe den Kategorien mal so grob die Studiengänge zugeordnet im Bachelor-Bereich und zu ganz vielen dieser Studiengänge gibt es nachher auch dann um 19.15 Uhr diese virtuellen Informationsstände, die ihr auf der Website findet. Den Link haben wir euch schon mal in den Live-Chat gepackt, machen wir dann gleich später nochmal, wenn der Vortrag durch ist. Und dort könnt ihr dann also vorbeigehen, euch reinklicken sozusagen und direkt eure Fragen an die Professoren und Dozenten stellen. Also zu fast allen Studiengängen ist was dabei. Informiert euch und nutzt die Chance. Ihr seht also, wir sind ganz, ganz breit aufgestellt. Wir haben Studiengänge im Management- und Wirtschaftsbereich, im informatischen Bereich, wo zum Beispiel auch der Studiengang Allgemeine und Digitale Forensik dazu zählt, aber auch die Medieninformatik, die eher einen kreativeren Teil im Studium hat, neben der Informatik. Wir haben Studiengänge im naturwissenschaftlichen Bereich, angewandte Mathematik, Applied Mathematics auf Englisch oder auch die Biotechnologie. Wir haben einen interkulturellen Studiengang, einen wirtschaftlich interkulturellen Studiengang, Global Communication and Business and Culture, unsere Medienstudiengänge, Medienmanagement, die eher kreativ-organisatorischen und Media and Acoustical Engineering, die eher konzeptionell-technischen sozusagen, soziale Arbeit und im technischen Ingenieurbereich Elektrotechnik, Automation, ganz modern mit Elektromobilität und mit Automation, also Robotik und das ganze Thema Lasertechnik, physikalische Technik. Das ist ein super besonderes Studium, gibt es nicht so oft in Deutschland und qualifiziert euch sehr, sehr speziell und sehr, sehr, sehr fundiert, sehr fest sozusagen und den Studiengang Maschinenbau, wo ihr zum Beispiel auch ein Diplom als Aufbaustudium machen könnt, also nach dem Bachelor nochmal ein Diplom. Das sind also grob unsere Bachelor-Studiengänge. Und nach dem Bachelor kann man, wie gesagt, einen Master machen und da gibt es ganz viele Angebote, passende Angebote dazu, dass ihr also gleich weiter studieren könnt sozusagen. Habt ihr hier nochmal eine Übersicht? Wenn man in der gleichen Kategorie sozusagen schon einen Bachelor studiert hat, gibt es fast immer den passenden Master dazu. Also bei den Mastern sind wir auch breit aufgestellt. Das ist aber eine Entscheidung, die könnt ihr am Ende des Bachelors treffen. Ihr müsst nicht an die Hochschule kommen und schon wissen, ich will unbedingt einen Master machen. Das könnt ihr wirklich dann nach den drei Jahren entscheiden. Vielleicht habt ihr noch Lust und sagt, nee, doch, ich möchte mich noch weiter vertiefen oder er sagt, reicht das mal mit Studium? Ich gehe arbeiten. Also das müsst ihr vorher noch nicht wissen. Wichtig ist, es geht immer mit einem Bachelor los und erst dann kommt der Master. Jetzt gucken wir uns mal an, wie ein Studium aufgebaut ist. So oder so ähnlich sind alle unsere Bachelor-Studiengänge aufgebaut. Ich habe mal beispielhaft den Studiengang Energie- und Umweltmanagement hier mitgebracht. Ihr seht die Spalten. Das sind die Semester. Ein Studium ist also ein Semester unterteilt. Das hatte ich schon mal gesagt. Sechs Semester in der Regel und ein Semester ist sozusagen ein halbes Jahr. Also geht so ein Bachelor-Studium in der Regel drei bis dreieinhalb Jahre. Und in den Semestern seht ihr diese einzelnen Blöcke untereinander. Das sind die Module. Ein Modul ist sozusagen ein Unterrichtsfach, also ein thematisches Fach sozusagen, wo verschiedene Unterrichtsarten mit reinkommen. In dem Modul Business Management 1 im ersten Semester hat man zum Beispiel eine Vorlesung und ein Seminar. Das hatten wir vor ein paar Folien schon mal, diese Unterrichtsarten. Also ein Modul besteht immer aus verschiedenen Arten von Unterricht. Ihr habt in den meisten Fällen fünf Semester Unterricht, wie ihr es hier seht, also zweieinhalb Jahre. Und im sechsten Semester, das ist immer so ein bisschen besonders, geht ihr in ein Praktikum, in ein Praxismodul. Das heißt, ihr sucht euch ein Unternehmen, was in dem Bereich tätig ist, in dem ihr studiert habt und macht dort ein Praktikum. Arbeitet dort mit, forscht vielleicht ein bisschen dort oder konzipiert ein bisschen was dort für das Unternehmen. Drei Monate ungefähr und im Anschluss schreibt ihr eure Bachelorarbeit. Das ist also die große Abschlussarbeit zu einem Thema, was ihr euch wählt oder was ihr vielleicht mit dem Unternehmen zusammenschreibt, bei dem ihr Praktikum gemacht habt. Und das ist dann sozusagen euer Abschlussprojekt im Studium. Dieses Praxismodul, dieses Praktikum kann auch mal woanders im Studium liegen. Es gibt auch Studiengänge, da ist das im vierten Semester. Aber in der Regel ist es so. Und das Gute ist, wie gesagt, ihr kriegt ja bei uns einen fertigen Stundenplan. Das heißt, das hier ist am Anfang mal gut zu wissen, dass ihr wisst, wann was kommt. Aber innerhalb des Semesters ist das gar kein Thema mehr in diesem Studienablauf hier, weil ihr ja euren fertigen Stundenplan habt und einfach nur in die App gucken müsst, wann habe ich wo welches Fach. Und hier unten steht noch sowas Bachelor-Kolloquium. Das gibt es in manchen Studiengängen, dass man am Ende noch einen kurzen Vortrag zur Bachelorarbeit hält, die verteidigt. So sagt man das. Das gibt es nicht in allen Studiengängen, aber das kann eventuell noch kommen am Ende. So, das waren jetzt Studieninhalte und so ein bisschen was zum Studium im Allgemeinen. Wichtiger Teil ist natürlich auch das Studentenleben. Student sein ist meistens der erste Punkt, von dem man von zu Hause auszieht. Und das ist schon ein spannender Lebensabschnitt. Deswegen möchte ich euch auch noch kurz zeigen, wie das bei uns in Midweida aussieht. Dazu habe ich euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Ganz oben in der Ecke seht ihr den Marktplatz. Midweida ist eine Kleinstadt im Herzen von Sachsen. Wir sind also wirklich im Dreieck zwischen Leipzig, Dresden und Chemnitz. Am nächsten sind wir in Chemnitz mit knapp Viertelstunde mit dem Zug, 20, 25 Minuten mit dem Auto. Leipzig und Dresden sind zwischen einer Dreiviertel und einer Stunde mit dem Auto weg ungefähr. Das heißt, mitten im Herzen von Sachsen. Man ist überall sehr schnell. Und wir sind eine Kleinstadt, habe ich schon gesagt. 15.000 Einwohner hat Midweida in etwa und die Hochschule hat knapp 7.000 Studenten. Könnt ihr euch also in etwa vorstellen, was hier los ist. Wir sind, wir haben fast den höchsten Studentenanteil in Deutschland. Und das merkt man auch. Also viele junge Leute hier in Midweida. Und trotz Kleinstadt ist hier immer was los. Wir haben zum Beispiel ein kleines Kino, aber auch die Hochschule macht ganz, ganz viel oder die Studis machen ganz, ganz viel. Man hat eben nicht jeden Abend 20 Clubs und Bars und Theater und alles zur Auswahl, sondern es reduziert sich auf ein paar Angebote, aber dafür gehen dann dort auch wirklich alle hin und da trifft man sich. Und das sind die Hotspots sozusagen. Wir haben unseren Studentenclub. Da gibt es auch noch die Kneipe dazu. Der Club veranstaltet gerne Partys. Die Kneipe hat jeden Abend geöffnet, wo man sein Feierabendier trinken kann. Unser Studentenrat macht ganz, ganz viele Events über das Semester verteilt. Das ist also sowas wie der Schülerrat, nur für Studenten. Unsere Fakultät Medien macht ganz viel, weil die Medienstudenten das im Studium machen. Das ist das große Bild hier unten. Unser Campus Festival einmal im Jahr, ein großes Highlight. Gleich daneben seht ihr unser Hochschultheater, die Hochschulbühne am Schwanenteich, die seit vielen Jahren Musicals aufführt, wo immer alle Fakultäten mitmachen und die ganze Stadt begeistert zu den Vorstellungen kommt. Ihr seht, es wird hier also nie langweilig. Über dem Theater seht ihr einen Rennwagen. Das ist unser Projekt TMM, Technikum mit Weider Motorsport. Dort kommen auch Studenten aus allen Fakultäten zusammen. Und dort werden Rennwagen gemeinsam konstruiert. Die technischen, ingenieurtechnischen Studiengänge kümmern sich um den Wagen an sich. Unsere BWLer und Wirtschaftler kalkulieren das vielleicht ein bisschen. Die Medien kümmern sich um das Marketing und um Werbung für das Projekt und auch um Sponsorenakquise beispielsweise. Das heißt, auch da können alle mitmachen. Und ich habe es ja schon gesagt, das Studium ist ja meistens der erste Punkt im Leben, bei dem man von zu Hause aus zieht. Das ist das Bild ganz oben in der Mitte. Ich muss ja irgendwo wohnen. Eine Möglichkeit wären unsere Wohnheime. Da haben wir zwei Stück im Wesentlichen in Mitweider, die beide ganz nah am Campus sind. Ihr müsst nur aus dem Bett fallen und seid quasi schon da. Und dort könnt ihr sozusagen wohnen. Das Allermeiste sind heute Einzelapartments mit Miniküche und eigenem Bad. Es gibt aber auch noch ein paar WGs, so wie ihr das am liebsten mögt. Und das Gute ist in Mitweider, das Wohnen hier ist sehr, sehr günstig. Also egal, ob ihr jetzt einen Wohnheimplatz bekommt oder nicht. Ihr könnt mit einer Miete zwischen 150 bis 250 Euro monatlich ungefähr rechnen als Student. Die Wohnheime sind etwas günstiger. Wenn ihr jetzt ein WG-Zimmer habt, sind wir vielleicht eher im Bereich von 200 Euro. Aber das ist im Vergleich zu den Großstädten sehr, sehr günstig. Das heißt, es ist am Ende des Monats auch noch Geld da, um vielleicht mal in den Club zu gehen. Genau. Und wenn ihr es geschafft habt, dann seid ihr hier oben angekommen. Exmatrikulation, das machen wir ganz, ganz feierlich bei uns in der Hochschule. Die Professoren kommen alle im Talar. Das machen wir bei uns in der Kirche. Gibt es einen feierlichen Einzug. Dann wird jeder einzelne Absolvent namentlich aufgerufen, bekommt seinen Hut aufgesetzt, seine Urkunde. Noch eine Nadel von der Hochschule, eine Anstecknadel. Und das ist eine ganz, ganz feierliche und tolle Zeremonie dort in der Kirche. Weil das natürlich auch was ganz Besonderes ist, wenn man so ein Studium hinter sich gebracht hat. Damit hat man die Weichen für sein Leben gestellt. Und deswegen feiern wir das hier in Mittweida immer ganz besonders. So, trotzdem muss das Ganze ja finanziert werden. Wie gesagt, man muss ein bisschen Miete zahlen, man hat vielleicht ein paar Lebenshaltungskosten. Aber, was man nicht hat, sind Studiengebühren. Staatlich studieren in Sachsen heißt, es gibt keine Studiengebühren. Es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel Fernstudiengänge oder bestimmte Zertifikats- und Weiterbildungsangebote. Aber wenn ihr einen ganz normalen Bachelor bei uns anfangt, gibt es keine Studiengebühren. Das Einzige, was an Kosten anfällt, ist der Semesterbeitrag. Den gibt es an allen staatlichen Hochschulen. Und der geht im Wesentlichen an das Studentenwerk. Das sind diejenigen, die Mensa-Wohnheime betreiben, verschiedene Beratungsangebote bieten und auch das BAföG verteilen. Und dahin geht dieser Semesterbeitrag nicht in das BAföG, aber in die Subventionierung der Mensa zum Beispiel, dass das Essen dort preiswert angeboten werden kann und für jeden Studenten bezahlbar bleibt. Oder eben, dass die Mieten im Wohnheim bezahlbar sind. Und ein kleiner Teil, steht auch noch an den Studentenrat, habe ich schon gesagt, ist sowas wie der Schülerrat für Studenten. Und die veranstalten damit Exkursionen, Events oder bieten euch auch bestimmte Beratungsangebote, die der Studentenrat damit finanziert. Das heißt, weitere Kosten fallen nicht an im Studium, außer die Semesterbeitrag. Den zahlt ihr halbjährlich, also pro Semester. Und damit ist es getan. Ihr müsst euch auch keine Fachliteratur oder Ähnliches kaufen. Das Allermeiste gibt es online als E-Book zur Verfügung. Der Professor schickt euch die Skripte von sich, also seine Ausarbeitung. Oder er geht bei uns in die Bibliothek. Und trotzdem muss ich es ja finanzieren, haben wir gesagt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die beste Möglichkeit oder eine sehr gute Möglichkeit ist das BAföG. Das beantragt ihr beim Studentenwerk, habe ich eben schon gesagt, ist bei uns das Studentenwerk Freiberg. Das heißt, dort richtet ihr euren BAföG-Antrag hin. Und da immer mein Appell an euch, probiert es. Stellt auf jeden Fall einen BAföG-Antrag. Auch wenn vielleicht irgendwelche Online-Rechner, irgendwelche Websites gesagt haben, ihr habt keinen BAföG-Anspruch. Probiert es trotzdem. Einmal durch diesen Antrag durchwurschteln und dann hoffen, dass es klappt. Es gibt verschiedene Kriterien, die dort mit zählen. Das Einkommen eurer Eltern, ob ihr zu Hause wohnet oder ob ihr fürs Studium auszieht, ob ihr Geschwister habt etc. Das sind also die Kriterien. Und dann wird errechnet, ab wann ihr BAföG bekommt. Sollte es nicht klappen mit dem BAföG, gibt es aber auch noch viele andere Möglichkeiten. Natürlich kann man neben dem Studium jobben. Auch da gibt es in Mitweidermöglichkeiten. Es gibt auch viele Stipendien. Habe ich euch hier mal eine Website-Empfehlung hingeschrieben. Arbeiterkind.de Dort sind alle Formen der Studienfinanzierung inklusive Stipendien usw. aufgezeigt. Und wichtig ist, es gibt nicht nur Leistungsstipendien. Es gibt auch Stipendien, die für soziales Engagement vergeben werden. Das heißt, man muss kein 1-0-Abiturien sein, um ein Stipendium zu bekommen. Das ist vielleicht auch noch eine Frage, die viele von euch interessiert. Kann ich im Ausland, kann ich im Studium ins Ausland gehen? Ja. Geht bei uns in allen Studiengängen. Man kann immer ein Auslandssemester einpflegen, sozusagen, ins Studium. Wichtig ist, man sollte ausreichend Vorbereitungszeit einplanen. Das dauert ein bisschen. Aber ihr seid bei der Vorbereitung, bei der Planung nicht alleine. Es gibt unser International Office. Und die beraten euch und unterstützen euch bei der Organisation. Da geht ihr hin, sagt, hallo, ich studiere Betriebswirtschaft und möchte gerne ins Ausland gehen. Und dann gucken die mit euch, welche Hochschulen kommen in Frage und welche von unseren Partnerhochschulen auf der ganzen Welt kommen in Frage. Die sind hier auf dieser Karte alle eingezeichnet. Und dann wird das mit euch organisiert. Es werden Finanzierungsmöglichkeiten gesucht. Das wird auch gefördert, natürlich, so ein Auslandssemester. Und das Gute ist, oftmals verlängert sich eure Studienzeit dadurch nicht, weil ihr dort ja weiter studiert. Und diese Inhalte, die ihr dort lernt und die Prüfung, die ihr dort ablegt, bei uns an der Hochschule natürlich angerechnet werden. Also ist immer eine gute Möglichkeit. Und meine Kollegin, die Ulrike Worps-Reichenbach, ist auch gleich um 19.15 Uhr an einem virtuellen Informationsstand für euch dabei und kann euch dort noch ganz genau beraten, wenn ihr Fragen habt. So, und jetzt habe ich euch im Wesentlichen erstmal alles über unsere Hochschule erzählt. Vielleicht will sich der ein oder andere jetzt oder im nächsten Jahr bewerben. Deswegen kommen wir noch kurz zu den Bewerbungsfristen. Wichtig ist, ihr müsst euch rechtzeitig und vollständig online bewerben. Und da stecken eigentlich auch schon die drei wichtigsten Schlagworte drin. Rechtzeitig heißt, es gibt bestimmte Fristen, zu denen komme ich gleich. Vollständig heißt, wir brauchen bestimmte Unterlagen, die ihr zur Bewerbung einreichen müsst. Und online heißt, die Bewerbung ist bei uns rein digital. Ihr schickt hier nichts per Post her, wir brauchen nichts unterschrieben, sondern ihr macht das alles bei uns im Online-Portal. Und das hier sind die Bewerbungsfristen für das Wintersemester, wo fast alle unsere Bachelorstudiengänge losgehen, vom 15. April bis 15. Juli. Und für das Sommersemester, wo der Bachelorstudiengang Soziale Arbeit startet, ist das die Bewerbungsfrist vom 15. Oktober bis 15. Januar. Wer sich das nicht merken möchte, habe ich noch einen Tipp. Registriert euch für unseren Remind-Me-Newsletter, findet ihr bei uns auf der Website. Und hier steht auch nochmal die Bewerbung online direkt über unsere Website, außer für Medienmanagement und für soziale Arbeit. Da müsst ihr vorher noch einen kleinen Umweg über das Portal hochschulstart.de gehen, aber die Bewerbung abschließen, werdet ihr dann auch auf unserem Bewerbungsportal sozusagen. Nun könnt ihr euch aber denken, dass es in diesem Jahr, wer jetzt vielleicht 12. Klasse ist und sein Abi gerade gemacht hat, vielleicht ein paar Ausnahmen gibt. Deswegen nochmal eine extra Info zu den Bewerbungsfristen 2020. Das sind nämlich diese. Für zulassungsbeschränkte Studiengänge, das sind bei uns Medienmanagement, Median-Acoustical Engineering und Soziale Arbeit im Bachelor, wobei Soziale Arbeit ja im Sommersemester beginnt, also nur die beiden, gilt die obere Bewerbungsfrist. 20. August, Bewerbungsbeschluss. Fehlende Unterlagen könnt ihr bis 26. August nachreichen. Für die zulassungsfreien Studiengänge, was alle anderen sind, gilt erstmal weiter der 15. Juli, nachreichfrist aber bis 2. August. In manchen Bundesländern kommen die Abi-Zeugnisse dieses Jahr sehr spät, deswegen nachreichfrist bis 2. August und ihr müsst es ja bloß im Portal hochladen. Wir müssen uns also nicht auf die Post verlassen, deswegen die Fristen in diesem Jahr. An den Fristen für zulassungsfreie Studiengänge kann sich auch nochmal was unter Umständen nach hinten verschieben. Da müsst ihr einfach unsere Webseite und unsere Social-Media-Kanäle im Auge behalten. Da informieren wir euch, sollte sich dort was ändern. Und genau, die Frist für zulassungsbeschränkte Studiengänge gilt natürlich auch für die zulassungsbeschränkten Masterstudiengänge. Also wer sich vielleicht für einen Master schon bewerben möchte, wer schon einen Bachelor gemacht hat, da gelten auch diese Fristen für die zulassungsbeschränkten. Ganz wichtige Frage, kurz vor Schluss, gibt es einen NC, also einen Numerus Clausus? Bei den allermeisten unserer Bachelorstudiengänge gibt es das nicht. Nur bei den dreien hier oben in diesem Jahr, weil das einfach, die sind einfach sehr stark nachgefragt. Das heißt, wir haben mehr Bewerber als Studienplätze zur Verfügung und deswegen müssen wir ein paar Bewerber, die besten Bewerber auswählen sozusagen. Wichtig ist zu sagen, dass diese Zulassungsbeschränkungen, also ob ein Studiengang einen NC hat oder nicht, jedes Jahr neu entschieden wird. Also da müsst ihr wirklich, wenn ihr euch dieses Jahr noch nicht bewerbt, nächstes Jahr nochmal gucken, ob mein Studiengang wirklich noch zulassungsfrei ist. Da kann es zu Änderungen kommen. Und wie funktioniert dieses Verfahren bei uns? Also ist es wirklich ein NC? Kann man bei uns eigentlich nicht sagen, denn wir gucken immer nach mehreren Kriterien und nie nur nach der Note. Wenn wir beispielsweise 100 Studienplätze im Medienmanagement zur Verfügung haben, das ist jetzt ein Rechenbeispiel, werden diese 100 Studienplätze über diese drei Listen, wie es hier aufgezeichnet ist, über diese Vergabe sozusagen verteilt. Bei 10 Prozent der Studienplätze gucken wir nur auf den Notendurchschnitt. Also 10 Prozent werden sozusagen über den NC vergeben. Weitere 10 bis 20 Prozent, das ist je nach Studiengang, werden über Wartesemester vergeben. Das ist die Zeit nach der Schule bis zum Beginn des Studiums, die da verstrichen ist, in der ihr nicht studiert habt. Das heißt, das geht aus eurem Lebenslauf hervor. Das gucken wir uns an, so und so viele Wartesemester hat unser Bewerber. Das heißt, da werden diejenigen mit den meisten Wartesemestern kriegen dann einen Studienplatz. Aber der Großteil, nämlich 60 bis 80 Prozent, werden über dieses Auswahlverfahren vergeben, was ich schon angesprochen habe. Und da gucken wir, wie gesagt, immer noch ganz vielen Kriterien. Bei den Medien zum Beispiel zählt der Notendurchschnitt mit rein, aber vor allem auch, habt ihr Praktika, habt ihr Vorerfahrungen im Medienbereich, habt ihr vielleicht in einer AG mitgearbeitet oder macht ihr privat irgendwas in der Richtung. Das könnt ihr als Arbeitsproben oder als Praktikumsnachweise sozusagen mit einreichen. Und ihr müsst eine Eigenpräsentation schreiben, in der uns klar macht, warum ihr für das Studium geeignet seid, warum ihr dafür brennt und warum ihr diesen Studienplatz haben wollt. Sodass ich auch mit einem normalen durchschnittlichen Abi, sage ich mal, im Zweierbereich, auch im Zweier- bis Dreierbereich, immer noch einen Studienplatz bekommen kann, wenn ich eben wirklich eine Motivation für das Studium habe. und vielleicht vorher schon was in dem Bereich gemacht habe. Und ähnlich ist es auch bei der sozialen Arbeit. Alle anderen Studiengänge, die nicht hier oben stehen, sind zulassungsfrei. Und das heißt, ihr müsst euch nur rechtzeitig und vollständig online bewerben und habt den Studienplatz sicher. Da kann nichts passieren, egal wie viele sich bewerben. Wer sich bis 15.07. oder bis zur Bewerbungsfrist vollständig bewirbt, hat den Studienplatz und kann bei uns anfangen zu studieren. So, und damit bin ich erstmal am Ende mit dem Vortrag. Noch ein paar wichtige Termine, die ihr euch schon vormerken könnt. Am 23. September gibt es das Ganze hier nochmal, vielleicht dann schon wieder vor Ort. Müssen wir mal sehen. Wenn nicht, dann sehen wir uns genau an der Stelle hier wieder. Ein kleiner Informationsabend. Könnt ihr also, wenn eure Schulfreunde vielleicht heute keine Zeit hatten oder eure Kolleginnen und Kollegen, könnt ihr denen Bescheid geben. Am 23. September gibt es das Ganze nochmal oder am 14. Januar im nächsten Jahr der große Studieninformationstag, wo zumindest die sächsischen Schülerinnen und Schüler, die uns gerade zugucken, dann auch schulfrei haben. Ab 11.12. Klasse meistens. Also an dem Donnerstag sind wir von 8.00 bis 15.00 Uhr natürlich auch wieder dabei. Und einen kleinen Tipp habe ich noch für euch. Wir hatten ja im April schon mal einen virtuellen Studieninformationstag. Also das Ganze hier nur ein bisschen größer. Mit vielen interessanten Infos. Den gibt es für euch zum Nachschauen auf YouTube. Dort könnt ihr also auch gerne nochmal unsere Playlist zum Studieninformationstag und den 5-stündigen Livestream von damals nachschauen. Auch da gibt es ganz, ganz viele Infos. So, und damit bin ich schon am Ende von meiner kleinen Präsentation. Ein Appell noch für euch. Wenn ihr Fragen habt zum Studium, fragt einfach. Das sind meine Kontaktdaten von der allgemeinen Studienberatung. Ihr erreicht mich per E-Mail, Telefon, WhatsApp. Ihr könnt uns auf den Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram schreiben. Es gibt ein Live-Chat-Fenster bei uns auf der Website, wo ihr mich zu den normalen Tageszeiten sehr gut erreicht. Und fragt wirklich. Also es gibt keine blöden Fragen. Fragt lieber einmal mehr als zu wenig. Das ist eine sehr wichtige Entscheidung, so ein Studium. Und da solltet ihr euch auch wirklich sicher sein, dass das Studium das Richtige ist. Ja, also nutzt das wirklich hier meine Kontaktdaten. Ansonsten natürlich auch auf unserer Website und überall. So, damit bin ich jetzt erstmal hier am Ende. Für euch, wie geht es jetzt weiter? Wie gesagt, ich bin jetzt noch eine Dreiviertelstunde hier und beantworte eure Fragen aus dem Live-Chat, die jetzt über die Zeit reingekommen sind oder die ihr auch gerne noch weiter stellen könnt natürlich. Wer, wem das hier reicht von mir, der kann jetzt, wie gesagt, auf unsere Website gehen. Den Link gibt es jetzt nochmal im Video-Chat, im Live-Chat. Und kann dort an die virtuellen Studieninformationsstände gehen. Ihr klickt einfach auf die Links unter den Programmpunkten. Dann öffnet sich in eurem Browser ein kleines Tab sozusagen. Und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr im Web an dem virtuellen Informationsstand teilnehmen wollt oder ob sie ein kleines Programm auf eurem Rechner runterladen soll. Das ist dann noch ein bisschen komfortabler. Und dort könnt ihr euch einfach reinschalten. Die Professoren und Dozenten erwarten euch alle mit kleinen Präsentationen zu den Studiengängen. Und ihr könnt dort eure Fragen stellen. Entweder im Video-Chat oder nur per Audio oder ihr schreibt auch nur anonym in den Chat. Also ihr müsst auch keine Kamera anmachen, ihr müsst kein Mikrofon anhaben. Ihr könnt dort einfach reingehen, lauschen, vielleicht eine Frage stellen. Und wenn nicht, geht ihr einfach wieder raus und wechselt in den nächsten Raum. Die Video-Chats gehen spätestens 19.15 Uhr los. Wir sehen uns gleich wieder. Wir gehen jetzt kurz gemeinsam auf eine kleine Runde über unseren Campus. Geht knapp sieben Minuten. Und dann bin ich wieder für euch da. Wer mich jetzt verlässt und an die virtuellen Informationsstände geht, dem wünsche ich einen schönen Abend. Und bis bald an der Hochschule Mitweida. Und den anderen bis gleich. Herzlich willkommen bei uns an der Hochschule Mitweida. Ich möchte dich mitnehmen auf eine kleine Runde über unseren Campus und dir dabei verschiedene Gebäude hier bei uns an der Hochschule zeigen. Und wir fangen auch direkt an in einem unserer neuesten Gebäude, dem Zentrum für Medien und Soziale Arbeit. Hier drin lernen also Studierende aus zwei wichtigen Bereichen der Hochschule. Unsere Sozialarbeiter und unsere Medienstudiengänge. Wir haben hier drin alles. Ein Fernsehstudio, ein Radio, eine Druckerei, verschiedene Schnittplätze, ein Effektstudio. Also alles, was das Medienherz begehrt. Und was es sonst noch bei uns zu entdecken gibt, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. So, jetzt stehen wir vor unserem Hauptgebäude, Haus 1. Hier wirst du in deinem Studium vielleicht die ein oder andere Vorlesung oder das ein oder andere Seminar haben. Viel wichtiger sind aber die Ansprechpartner für dich, die hier im Haus ihre Büros haben. Wenn du dich für ein Studium interessierst, dann wendest du dich am besten direkt an mich. Wenn im Studium Fragen auftreten sollten, dann ist der Studierenden-Service für dich da. Melde dich einfach bei deiner Betreuerin oder deinem Betreuer und wehrt alle deine Fragen zum Studium los. Wir alle sitzen hier im Haus 1 für dich. Und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter. Kommt mit! Ja, wir sind jetzt vor unserem Haus 5 angekommen, der Heimat unserer Ingenieure. Hier in dem Gebäude lernen also Maschinenbauer, unsere Elektrotechniker, unsere Mechatroniker und viele weitere Studis. Hier drin befinden sich also ganz viele Labore und Werkstätten für diesen Bereich, unter anderem ein Robotiklabor, ein 3D-Drucklabor, aber auch eine Trainingsfabrik. Das heißt, wir simulieren dort verschiedene Abläufe einer großen Fabrik im Kleinen nach, um das nachzuvollziehen können, um das ganze Verständnis dafür zu entwickeln. Und auch im Haus 5 befinden sich unsere beiden größten Hörsäle. Und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt nochmal an. Auf dem Weg dahin gucken wir nochmal bei unserem Rennwagen vorbei. Das heißt, wir haben ein studentisches Team, die gemeinsam Rennwagen konstruieren und damit international an Rennen teilnehmen. Und den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. So, und das ist das gute Stück, El Cobra. Das ist der aktuelle Elektrobolide von unserem Rennteam. Und genau, damit nehmen die Internationalen an Rennen teil und den konstruieren die Studis neben dem Studium in unserem Projekt TMM, was so viel heißt wie Technikum mitweiter Motorsport. Und jetzt schauen wir in den Hörsaal. Machen wir noch das Licht an. So. Wie gesagt, das ist unser größter Hörsaal. Den gibt es zweimal so in der Form hier im Haus. Und ihr seht, das ist auch recht überschaubar. Hier passen knapp 200 Studis rein und größer wird es bei uns hier nicht. Das heißt, man lernt in wirklich kleinen Gruppen die jeweiligen Inhalte zu seinem Studiengang kennen. In der Vorlesung wird die Theorie vermittelt. Und im Praktikum geht man dann in die Labore und in die Werkstätten. Und macht das, was man theoretisch gelernt hat, praktisch in kleinen Gruppen gemeinsam nach der Vorlesung. Als Studierender muss ich natürlich auch irgendwo wohnen. Das ist meistens der erste Moment im Leben, wo ich von zu Hause aus ziehe. Und eine Möglichkeit ist das Studentenwohnheim. Seht ihr hier hinten verschiedene Gebäude, die dort dazugehören. Und die meisten Zimmer bei uns sind heute Einzelapartments. Das heißt, ein eigenes Zimmer mit eigener Küche und einem kleinen Bad. Es gibt aber auch noch vereinzelt WGs. Und da kann sich also jeder das raussuchen, was ihm am besten gefällt. Für die Wohnheime bewirbt man sich bei unserem Studentenwerk, dem Studentenwerk Freiberg. Und wenn ihr Fragen oder Infos zu einem Wohnheimplatz möchtet, dann meldet euch gerne dort bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Studieren heißt natürlich nicht nur lernen, sondern studieren heißt natürlich auch feiern. In Mittweida geht es am besten in unserem Studentenclub. Der wird von unseren Studis natürlich selbst betrieben in einem eigenen Verein. Dort kann man also unter der Woche abends hingehen und sein Bierchen trinken, mit Freunden treffen. Oder man geht in die Schwämme. Das ist unsere Studentenkneipe, die zu unserem Club dazugehört. Es gibt also genug Möglichkeiten hier in Mittweida, um abends einen Ausgleich zum Studium zu schaffen. So, als nächstes schauen wir uns unser Haus 6 an und müssen dazu mal auf die andere Seite von dem Gebäude hier gehen. Das ist schon Haus 6, was ihr hier seht. Aber von der anderen Seite sieht man das Ganze noch besser. Jawohl. So. Jetzt stehen wir vor Haus 6. Seht ihr hier hinter mir. Hier sind unter anderem unsere Informatiker zu Hause, aber auch unsere Ingenieure und unsere Wirtschaftswissenschaftler. In verschiedenen Laboren könnte ich in den Bereichen der Softwareentwicklung, der IT-Sicherheit, aber auch in den Bereichen der Forensik oder des Wirtschaftsingenieurwesens lernen. Hier drüben seht ihr unser Haus 3. In dem sitzen unsere Elektrotechniker und auch unsere technischen Informatiker. Aber als Student kann ich nicht nur den ganzen Tag lernen, sondern ich muss auch was essen. Und deswegen schauen wir jetzt mal zur Mensa. So und zu guter Letzt noch zwei sehr wichtige Gebäude. Mensa und Bibliothek. Momentan teilen sich die beiden bei uns noch ein Gebäude. Das heißt, ich hole mir mein Mittagessen und kann dann direkt weiter lernen. Wir bekommen aber bald eine große neue Bibliothek auf dem Campus, wo dann beide Mensa und Bibliothek ausreichend Platz für sich selber bekommen. Alles, was es hier in der Bibliothek als gedrucktes Buch gibt, gibt es natürlich auch als E-Book online zur Verfügung gestellt und natürlich noch viel, viel mehr. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer kleinen Campusführung angekommen. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, schaut im Web www.hs-mitweider.de. Dort findet ihr alle wichtigen Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Studiengängen. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gern bei mir. Bis bald. So, da sind wir wieder. Zurück von unserer kleinen Campusrunde. Jetzt habt ihr sogar virtuell unseren Campus ein klein bisschen kennengelernt. Gleich ist hier auch wieder was zu sehen. Wie geht es jetzt weiter? Hier nochmal der Hinweis an euch. Ich freue mich, dass noch so viele hier im Livestream sind. Parallel dazu, ab jetzt, 19.15 Uhr, finden unsere virtuellen Informationsstände statt. Das heißt, einfach auf den Link klicken, der hier im Live-Chat ist, auf unsere Website gehen und dort einfach auf die virtuellen Informationsstände klicken, auf die Links klicken. Und dann kommt ihr da rein und könnt dort lauschen oder eure Fragen stellen. So, und jetzt widme ich mich in der nächsten Dreiviertelstunde noch euren Fragen. Einige kamen schon parallel rein und die beantworte ich jetzt. Lara hat gefragt, werden einem die Unternehmen gestellt oder sollte man sich selbst welche suchen? Ich denke, Lara, du meinst beim Praktikum im sechsten Semester und da sollt ihr erst mal eure Unternehmen selber suchen. Das heißt, ihr guckt, welche Unternehmen sind in meinem Studiengang so oder welche passen zu dem Inhalt meines Studiengangs und dann bewerbt ihr euch dann initiativ auf ein Praktikum. Natürlich hat die Hochschule auch Erfahrungen und auch eure Professoren und Dozenten haben alle schon mal draußen in der freien Wirtschaft in solchen Firmen gearbeitet und können euch da natürlich auch Tipps und Hinweise geben. Die könnt ihr dann auch fragen, aber ihr seid in der Wahl völlig frei und bewerbt euch dort einfach bei verschiedenen Unternehmen, bei den Unternehmen eurer Wahl, die dazu passen und dann könnt ihr das Praktikum dort machen. Lara, ich hoffe, deine Frage ist beantwortet. Ansonsten gerne nochmal reinschreiben oder ab morgen dann wieder bei mir in der Studienberatung melden. Sarah hat auch noch eine Frage zum Praktikum. Es ist doch oft so, dass man beim Praktikum bei dem Unternehmen dann später eine Stelle angeboten wird, oder? Kann natürlich durchaus passieren, Sarah. Also es gibt dort verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, das Praktikum geht meistens drei Monate, zwölf Wochen. Manche Unternehmen, viele Unternehmen bieten ihren Praktikanten dann auch an, dass man die Bachelorarbeit dort gleich schreiben kann. Das heißt, die sagen hier, wir haben ein interessantes Thema, darüber könntest du doch deine Arbeit schreiben, machst du noch zwölf Wochen länger Praktikum bei uns, kannst noch ein bisschen nebenbei hier im Unternehmen tätig sein und schreibst parallel deine Bachelorarbeit zu unserem Thema. Und wenn du dich gut anstellst, ist das natürlich auch sehr oft die erste Firma, an der du tätig wirst. Also viele Firmen nutzen das natürlich zur Rekrutierung, um gute Leute gleich vom Studium an sich zu binden und da ist es natürlich nicht unwahrscheinlich, dass dir dann ein Job angeboten wird. Gibt es keine Garantie für, aber ist auch nicht selten. Sarah, ich hoffe auch deine Frage ist beantwortet. So, jetzt sehe ich eine große Frageliste von Martin. Martin, auf deine Fragen gehe ich natürlich auch gerne ein. Wie lange dauert es eigentlich, bis man Rückmeldung zum Antrag auf Immatrikulation erhält? Das hängt ein bisschen davon ab, auf welchen Studiengang du dich bewirbst. Bei zulassungsbeschränkten Studiengängen dauert das wirklich bis nach der Bewerbungsfrist, weil da müssen wir natürlich abwarten, bis sich alle beworben haben, damit wir dann auch aus den Bewerbern die besten auswählen können. Bei zulassungsfreien Studiengängen, wo du den Studienplatz ja sicher hast, da geht das relativ schnell. Das dauert so zwei, drei Wochen vielleicht, je nachdem, wie lange wir, wie viele Bewerbungen schon eingegangen sind und wie lange wir für die Bearbeitung brauchen. Natürlich, je näher das an die Bewerbungsfrist ranrückt, also je näher wir dem 15. Juli zum Beispiel kommen, desto mehr Bewerbungen kommen natürlich jeden Tag bei uns ein und desto länger kann es unter Umständen auch dauern. Aber das hat wirklich nur was mit der Bearbeitungszeit zu tun. Wenn ihr euch rechtzeitig vollständig online beworben habt, habt ihr alles richtig gemacht und müsst quasi nur auf uns warten. Also der Zulassungsbescheid, die Immatrikulation kommt dann mit der Post, schwarz auf weiß und dann habt ihr euren Studienplatz sicher. So, nächste Frage von Martin. Gibt es bisher eigentlich schon Infos, ob das Wintersemester 2021 als Online-Semester oder normales Semester stattfindet? Ja, gibt es. Unter Vorbehalten natürlich, dass keine zweite Welle kommt. Dann steigen wir natürlich wieder auf ein reines Online-Semester um. Wenn sich die Situation jetzt so in etwa weiterentwickelt, dann wird es ein Mischsemester sein. Wir innerhalb der Hochschule sagen dazu hybrides Semester und dahinter verbirgt sich im Prinzip eine Mischform. Man nennt das Blended Learning. Das ist ein Begriff, der euch im Studium sicher auch nochmal über den Weg laufen wird. Und das ist bei uns an der Hochschule gang und gäbe. Das heißt, ihr habt eine Mischung aus Präsenzlehre, also aus Vorlesungen, Seminaren vor Ort und einem Teil an digitaler Lehre. Also eine Vorlesung im Stream oder Aufgaben, die ihr orts- und zeitunabhängig lösen könnt, einfach in unserer Lernplattform oder Aufgaben, die ihr lösen müsst, Gruppenarbeiten in virtuellen Räumen. Und so wird auch das Semester, das nächste Wintersemester ablaufen, wenn es so weitergeht. Das heißt, es wird weiterhin auf Großveranstaltungen sozusagen verzichtet. Das Ganze wird auch etwas entzerrt. Es gibt etwas längere Tage dann unter Umständen, weil man eben die Gruppen verkleinern muss. Aber ihr könnt auf jeden Fall, diejenigen, die sich jetzt für ein Studium bei uns bewerben, ihr könnt euch auf jeden Fall eine Wohnung suchen. Ihr könnt auf jeden Fall herkommen. Wenn jetzt keine zweite Welle kommt und wir in den kompletten Lockdown zurückgehen, dann findet auf jeden Fall wieder ein Großteil an Präsenz bei uns statt. So, und eine dritte Frage von Martin. Für Softwareentwicklung gibt es aber nicht so einen späteren Livestream oder steht zumindest nicht auf der Website. Stimmt, dafür gibt es heute nichts, Martin. Wir können aber gerne uns morgen mal kurz schließen in der Studienberatung. Du kannst dich gerne mal bei mir melden. Da können wir auch noch mal eine Session gerne vereinbaren. Vielleicht auch in einer Videokonferenz mit einem Professor oder mit einem Studenten. Können wir gerne machen. Ansonsten, wie gesagt, komm auf mich zu oder stell die Fragen gerne gleich noch hier im Live-Chat. Ich beantworte auch gerne deine Fragen zur Softwareentwicklung hier. Und natürlich, wenn du jetzt dich nicht dieses Jahr bewerben möchtest, gibt es dann natürlich bei den nächsten Infoabenden und Infotagen auch wieder Angebote zur angewandten Informatik und zur Softwareentwicklung. So, Martin. Ich hoffe, deine Fragen sind beantwortet. Wie gesagt, sonst scheue ich nicht gern noch was in den Live-Chat zu schreiben. Kev fragt. Guten Abend. Kann man mit einem Wirtschaftsinformatik-Bachelor bei euch Betriebswirtschaft Masterche studieren? Und ist eine Förderung mittels BAföG weiterhin möglich? Grundsätzlich kannst du mit dem Bachelor in Wirtschaftsinformatik-Betriebswirtschaft bei uns studieren. Es bleibt am Ende immer eine individuelle Prüfung. Das heißt, endgültig können wir das natürlich nur sagen, wenn uns dein Zeugnis vorliegt und dein Notenauszug vorliegt, damit wir sehen, welche Module du hattest. Aber prinzipiell sollte das mit Betriebswirtschaft kein Problem sein. Und Förderung mittels BAföG, da am besten mal wirklich direkt an unser Studentenwerk wenden. Das hängt natürlich auch von verschiedenen Kriterien ab. Das kann ich jetzt anhand deiner Frage so nicht ablesen. Wie viel Regelstudienzeit hattest du schon im Bachelor? Und wie ist deine Lebenssituation gerade? Also da wirklich mal ans BAföG-Amt wenden, ans Studentenwerk Freiberg. Die helfen dir gern weiter. Einfach mal auf die Website gehen. Vielleicht können wir den Link sogar gleich noch in den Live-Chat hier reinpacken zur finanziellen Förderung des Studentenwerkes. und dann dort mal direkt an die Kolleginnen und Kollegen wenden. Ben fragt, wenn die Bewerbung schon zugelassen wurde, kann man sie dann noch bearbeiten, um das Zeugnis nachzureichen? Oder wo genau reiche ich die Unterlagen noch? Da bearbeiten bei mir grau hinterlegt ist. Okay, Ben, du sprichst jetzt schon sehr speziell von unserem Bewerbungsportal. Dazu nur ganz kurz. Bei zulassungsfreien Studiengängen kannst du die Bewerbung nicht mehr bearbeiten. Ich weiß jetzt nicht, für welchen Studiengang du dich beworben hast. Deswegen bei zulassungsfreien Studiengängen kannst du die nicht mehr nachträglich bearbeiten. Aber natürlich kannst du fehlende Unterlagen nachreichen. Dazu gibt es, wenn du dich registrierst oder anmeldest wieder in unserem Bewerbungsportal, oben in der Navigation das Feld Dokumenten upload. Und dort kannst du die fehlenden Dokumente einfach hochladen, abschicken. Und dann sind die auch bei uns. Wenn du noch genauere Sachen zur Bewerbung wissen willst, kannst du auch gerne rüber an den virtuellen Informationsstand vom Bewerbungsservice gehen. Dort sitzt meine Kollegin, die Frau Ulich und die Frau Kirschner. Die beiden sitzen dort und beantworten gerne alle eure Fragen zur Bewerbung, auch zum Bewerbungsportal. Also auch dort ein Informationsstand für euch. So, das waren jetzt erstmal alle Fragen, die ich im Live-Chat gesehen habe. Wie gesagt, ihr könnt gerne jederzeit weiterfragen. Scheut euch nicht, den Live-Chat zu nutzen. Dann erzähle ich einfach noch ein bisschen was Allgemeines. Wir hatten zum Beispiel schon eine Frage zur Facebook-Erstig-Gruppe, habe ich schon gesehen. Also auch dort für diejenigen, die sich schon beworben haben, die ihren Platz vielleicht für dieses Jahr schon bekommen haben, vernetzt euch auf der Facebook-Erstig-Gruppe. Dort bilden sich auch meistens die ganzen WhatsApp-Gruppen für die Studiengänge dort. Also dort könnt ihr natürlich auch euch anmelden. Dann nehmen wir euch auf in die Gruppe und dann könnt ihr euch dort vernetzen untereinander. Genau, so. Ihr habt es ja schon ein bisschen auf dem Campus gesehen, auf dem Campus-Rundgang gesehen, der eben lief. Das ist ja alles ganz klein und überschaubar. Wir sind, wir nennen das selber Campus der kurzen Wege. Bei uns durchläuft man den ganzen Campus in maximal zehn Minuten vom äußersten Zipfel zum anderen äußersten Zipfel sozusagen. Und das ist halt auch wirklich der Vorteil an einer kleineren Stadt, sage ich mal. Man hat eben keine langen Wege. Ich muss nicht noch mit der U- oder mit der S-Bahn irgendwie zu meinem nächsten Hörsaal fahren, sondern ich laufe einfach. Ich habe meistens zwischen den Vorlesungen 15 Minuten Pause. Wenn ich jetzt nicht eine große Pause dazwischen habe, 15 Minuten laufe ich zum nächsten Haus, kann mir unterwegs noch einen Kaffee holen. Und das ist alles ganz entspannt. Und das waren ja einige Häuser, die ihr da schon gesehen habt. Ja, also dass in diesen Häusern, wie ich es schon erzählt habe, sind die Labore drin, sind die Praktika drin, sind die großen Hörsäle drin. Das heißt, ihr könnt im Prinzip auch direkt von der Vorlesung Theorie ins Labor Praxis gehen. Ja, und das auf unserem ganzen Campus. Genau. Was könnte ich euch noch erzählen? Wie läuft so ein Semester normalerweise ab? Da können wir doch gerne mal drüber sprechen. Also, das Wintersemester, wo die allermeisten von euch ihr Studium beginnen werden, startet offiziell immer am 1. September. Das heißt, da ab dann seid ihr offiziell eingeschriebene Student oder offiziell eingeschriebene Studentin. Ab dann könnt ihr also an der Kinokasse euren Studentenausweis vorlegen und dort Rabatt bekommen. Effektiver Vorlesungsstart, also wann ihr wirklich hier sein müsst, ist immer Anfang Oktober bei uns. Das ist bei manchen Hochschulen auch mal ein bisschen unterschiedlich bei uns. Meistens in der ersten Oktoberwoche. Nur dieses Jahr, auch aufgrund der Situation, mal 14 Tage später. Wir beginnen dieses Jahr am 19. Oktober, Stand jetzt. Und dann hat man ein halbes Jahr sozusagen Unterricht, Uni. Seine Vorlesungen, seine Seminare, seine Praktika anhand seines Stundenplans. Und immer am Ende eines Semesters, nach einem halben Jahr, hat man eine Prüfungszeit. Das heißt, ich schreibe nicht, wie in der Schule jetzt ihr, über das Halbjahr verteilt, hier mal eine Klassenarbeit, dort mal eine Leistungskontrolle, dort mal eine Kurzkontrolle, sondern das habe ich immer am Ende des Semesters. Natürlich kann ich mal einen Vortrag oder eine Präsentation im Semester halten. Das ist oftmals der Fall. Aber die große Prüfung wird erst am Ende des Semesters geschrieben. Und dort werde ich quasi über das Wissen, über mein Wissen in dem Modul, in dem Unterrichtsfach geprüft. Und die Note, die ich dort in der Prüfung bekomme, ist dann auch die ganze Note für das Modul. Also, wir hatten ja vorhin mal die Übersicht vom Energie- und Umweltmanagement. Wenn ich in Business Management 1 dann in der Prüfung eine 2,0 schreibe, dann ist im Fach Business Management 1 meine Prüfung eine 2,0. Nach der Prüfungszeit gibt es dann Semesterferien. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Der Sommersemester startet offiziell am 1. März. Effektiv los geht es in der 3. Märzwoche. Halbes Jahr in etwa. Dann Prüfungszeit. Dann vorlesungsfreie Zeit. Also Semesterferien ist eine vorlesungsfreie Zeit sozusagen. Im Sommer habt ihr August und September in der Regel frei. Genau. So, jetzt haben wir eine Frage bekommen von Melissa. Guten Abend. Können Sie bitte kurz den Studiengang Gesundheitsmanagement vorstellen? Ja, unser Studiengang Gesundheitsmanagement, Melissa, den haben wir angeboten, gemeinsam mit unseren Partnerakademien. Es gibt also verschiedene Studienakademien in ganz Deutschland, mit denen wir zusammenarbeiten. Und mit denen gemeinsam haben wir den Studiengang angeboten. Der wird so in der Form zum nächsten Semester nicht mehr angeboten. Das heißt, da kannst du dich nicht mehr darauf bewerben. Der läuft aus. Du kannst aber natürlich, trotzdem gibt es dieses Angebot noch, nur eben nicht mehr mit Gesundheitsmanagement. Wenn du dort mehr erfahren willst, kannst du mich gerne mal anschreiben bei der Studienberatung. Dann berate ich dich dazu sehr gerne. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet, Melissa. Wenn nicht, dann, wie gesagt, gerne weiterschreiben. So, wo war ich da vorstehen geblieben? Regie, hilf mir mal. Ablauf. Ach genau, Semesterablauf. Genau, aber damit war ich ja eigentlich auch schon am Ende. Das ist dann am Ende die vorlesungsfreie Zeit. Wie gesagt, August und September ist in der Regel immer frei. Jetzt könnt ihr euch grob vorstellen, wie so ein Semester abläuft. Vielleicht fangen wir sogar noch mal ein bisschen früher an. Wie finde ich denn vielleicht die für mich richtige Studienwahl? Vielleicht hat euch der Abend heute schon so ein bisschen geholfen. Aber wie entscheide ich denn für mich am besten, was ich studiere? Nach welchen Kriterien sollte ich das festmachen? Da gibt es verschiedene Sachen. Also zum einen ist mein erster Appell immer, ihr müsst 40 Jahre arbeiten gehen. Das heißt, ihr studiert was, was euch Spaß macht, was euch liegt. Geld verdienen kann man in allen Bereichen. Wie viel ist natürlich immer hingestellt. Aber ihr könnt von allen Bereichen leben, egal was ihr studiert. Ihr kommt immer irgendwo unter. Und deswegen studiert das, was euch gefällt, was euch Spaß macht. Liebe Eltern, die uns vielleicht zuschauen, reden sie ihrem Kind dort nicht zu sehr zu. Und ihr vertretet ruhig auch eure Meinung und studiert das, was ihr wollt. Auch wenn es immer heißt, ja, in Medien, Medien wollen alle studieren. Oder wer BWL studiert, hat keine andere Idee. Das ist Quatsch. Also die Medienbranche ist so vielfältig und erneuert sich ständig so sehr, dass dort immer Jobs entstehen. Und Betriebswirte werden wahnsinnig stark gesucht. Auch wenn es viele studieren, ist Betriebswirt immer noch ein sehr solider und sehr gefragter Job. Also hört dort wirklich auf euch, egal was euch interessiert. Wählt das Studium nach euren Kriterien. Wenn dann trotzdem ein paar Studiengänge für euch in Frage kommen und ihr euch nicht entscheiden könnt, dann müsst ihr euch wirklich fragen, kann ich mir das vielleicht wirklich mein Berufsleben lang übervorstellen? Kann ich mir einen Job am Schreibtisch vorstellen? Bin ich jemand, der vielleicht eher ein bisschen was Praktisches machen muss? Bin ich eher kreativ oder bin ich eher so ein bisschen analytisch denkend vielleicht? Oder so ein bisschen sachlicher denkend? Und das sind alles so Kriterien, die ihr heranziehen könnt. Wir hatten ganz am Anfang, wer vielleicht vor einer Stunde schon dabei war, mal über die Hochschularten gesprochen. Auch das ist schon mal ein super Mittel, damit ihr eure Auswahl so ein bisschen eingrenzen könnt. Wer eben nicht der Theoretiker ist, wer sich das Wissen vielleicht nicht so super gut oder nicht so super gut selber beibringen kann oder vielmehr, wer es ein bisschen praktischer braucht, der kann vielleicht die Uni für sich schon so ein bisschen ausklammern. Und schon hat man viel weniger Studienangebote, die vielleicht in Frage kommen und kann sich besser fokussieren. Ansonsten kann ich nur sagen, wenn ihr euch wirklich selber nicht entscheiden könnt, dann nutzt die Angebote, die euch die Hochschulen alle liefern. Also jede Hochschule hat eine Studienberatung. Wenn ihr euch bei der Hochschule mit weitermeldet, dann kommt ihr auf allen Kanälen bei mir raus. Das heißt, wer mich heute Abend kennengelernt hat, der hat auch bei seinen nächsten Anrufen mit mir Kontakt, wenn er meine Nummer wählt oder mir auf Facebook oder Instagram schreibt. Und nutzt das wirklich. Dafür sind wir da. Wir möchten euch beraten. Wir möchten, dass ihr den richtigen Studiengang für euch findet, dass ihr den erfolgreich abschließt. Also nutzt das wirklich. Und natürlich kann auch der Studienstandort eine Entscheidung sein. Also auch das könnt ihr natürlich mit dran ziehen. Bin ich eher der Großstadttyp? Oder lege ich überhaupt Wert auf die Stadt? Oder geht es mir eher um die Hochschule an sich? Geht es mir um die Qualität an der Hochschule? Geht es mir um die Ausstattung an der Hochschule? Die ist vielleicht hier ein bisschen besser als in der Großstadt. Oder wenn ich jetzt vergleiche, gehe ich dorthin studieren oder nach Midweida studieren, entscheide ich mich vielleicht eher nach der Hochschule als nach dem Standort. Denn auch in Midweida kann man, habe ich ja schon gesagt, viel erleben. Und wir haben halt auch eine super Location hier in Sachsen. Wir sind ganz schnell in Leipzig, ganz schnell in Dresden, ganz schnell in Chemnitz. Berlin ist knapp zwei Stunden, zweieinhalb Stunden weg. In Prag ist man in zwei Stunden, da fährt man mit dem Regionalexpress nach Dresden und setzt sich dort in Fernbus. Dann ist man in einer Stunde und für zehn Euro in Prag, wenn ihr einen guten Preis kriegt, dort mal am Wochenende schnell hingefahren. Und das ist eine super Location und das kann man hier natürlich auch nutzen. Zecke Rote fragt, muss man Sächsisch können? Hörst du das nicht? Natürlich muss man Sächsisch können. Nein, muss man natürlich nicht. Wir sind, wir sind, wir kommen auch aus allen Ecken Deutschlands. Das hat eine Hochschule so an sich, dass wir aus allen Ecken hier zusammenkommen, um zu studieren. Unsere Dozenten kommen auch aus ganz Deutschland. Und wenn ich jetzt einen guten sächsischen Akzent oder Dialekt imitieren könnte, dann würde ich das jetzt tun. Ich lasse es aber, das erspare ich euch. Also man muss natürlich nicht Sächsisch können. Und nein, ich mache es nicht. Mein Redakteur schreibt mir gerade, ich soll es machen, aber ich mache es nicht. Das erspare ich euch. Also ihr müsst natürlich nicht Sächsisch können. Und hier trifft sich ganz Deutschland in Mittweida. Also wir haben wirklich Studis aus Hamburg, aus Köln, haben wir Bewerbung wiederbekommen, aus München, aus Stuttgart, von überall her. Also hier kommt alles zusammen. So, keine weiteren Fragen aktuell. Für diejenigen, die neu dazugekommen sind, vielleicht nochmal der Hinweis. Es gibt den Livestream hier, aber es gibt auch unsere virtuellen Informationsstände. Vom Bewerbeservice, wenn ihr Fragen zur Bewerbung habt. Von unserem International Office, wenn ihr euch zu einem Auslandssemester informieren wollt. Von unserem Studentenwerk, auch meine Kollegen vom Studentenwerk Freiberg sind mit dort. Dort könnt ihr alle Fragen zum BAföG und zum Wohnheim stellen. Also wie beantrage ich BAföG? Habe ich überhaupt eine Chance auf BAföG? Wie beantrage ich einen Wohnheimplatz? Auch mein Kollege Christian Schröder vom Studentenwerk beantworte ich gerne alle Fragen an seinem virtuellen Informationsstand. Und auch alle unsere Fachbereiche sind vertreten. Unsere Studiengänge Lasertechnik, Physikalische Technik, Maschinenbau, Elektrotechnik, Automation sind dabei. Von den Ingenieurwissenschaften. Unsere Studiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Bachelor und Diplom sind dabei. Nachhaltiges Immobilienmanagement und Betriebswirtschaft und natürlich Energie- und Umweltmanagement. Die Forensik ist dabei, die allgemeine und digitale Forensik. Unsere Biotechnologen sind mit einem Informationsstand dabei. Unser Studiengang Global Communication and Business and Culture stellt sich vor. Wir haben auch Masterstudiengänge, die sich vorstellen. Zum Beispiel Blockchain and Distributed Ledger Technologies. Ist auch ein einzigartiger Studiengang hier in Mittweida. Könnt ihr nur hier im Master studieren. Aber auch unser Masterstudiengang Industrial Management stellt sich vor. Wir haben auch einen Informationsstand zu einem... Ne, wir haben sogar zwei Informationsstände zu einem zu berufsbegleitenden Studiengängen. Liebe Eltern, wenn Sie vielleicht zuschauen und doch nochmal überlegen, ein Studium aufzunehmen, Mit dabei ist die soziale Arbeit mit natürlich dem Vollzeit-Bachelor, dem berufsbegleitenden Bachelor und mit Ihren beiden Mastern in Vollzeit und Teilzeit. Und auch der Studiengang Industrial Engineering ist mit einem virtuellen Informationsstand vertreten. Auch der berufsbegleitend. Und natürlich auch dabei unsere Fakultät Medien mit den Studiengängen Medienmanagement und Media and Acoustical Engineering. Ich hoffe, ich habe jetzt an alle Stände gedacht. Wenn nicht, werde ich sicherlich gleich darauf hingewiesen. Wir haben noch eine Frage reingebekommen. Braucht man ein Abi? Also grundsätzlich muss man da wieder bei den Hochschularten unterscheiden, die wir am Anfang hatten. Bei den Unis braucht man zwingend ein Abi. Bei uns in Midweida, Hochschule für angewandte Wissenschaften, gehen auch andere Schulabschlüsse. Natürlich Abitur, aber auch eine Fachhochschulreife. Also eine zweijährige Fachhochschulreife, die man quasi auf die mittlere Reife, auf den Realschulabschluss obendrauf setzt. Auch damit kann man bei uns studieren. Und mit der fachgebundenen Hochschulreife. Dann zwar in einem eingeschränkten Spektrum, in einem eingeschränkten Fächerspektrum, aber auch damit kann man sich bei uns bewerben und damit kriegt man einen Studienplatz bei uns. Und wenn man sowas alles nicht hat, gibt es natürlich auch bestimmte Wege, ohne so einen Schulabschluss einen Studienplatz zu bekommen. Zum Beispiel über bestimmte Ausbildungs- bzw. Fortbildungsabschlüsse. Wenn man zum Beispiel im sozialen Bereich arbeitet und einen Sozialassistent gelernt hat und darauf eine Weiterbildung, eine Fortbildung zum staatlich anerkannten Erzieher macht, dann kann man unabhängig von seinem Schulabschluss auch damit bei uns studieren bzw. damit kann man sich bewerben. Dann kann man sich ganz normal bewerben, wie ein Abiturient auch, und muss nur zu einem Beratungsgespräch an die Hochschule kommen. Das ist der einzige Unterschied, aber das Gespräch ist wirklich rein beratend. Ihr müsst damit niemanden überzeugen. Da geht es nur darum, klarzustellen, was es heißt zu studieren, was die Besonderheiten sind. Aber ansonsten kann man sich zum Beispiel auch mit diesem Fortbildungsabschluss bei uns bewerben. Und wenn man das auch nicht hat, dann kann man sich auch durch ein kleines Abitur, was man bei uns schreibt, für ein Studium qualifizieren. Das ist die Zugangsprüfung, die man bei uns schreibt. Und da schreibt man Prüfungen in vier Fächern, drei Abifächer, drei Grundlagenfächer und ein Fach, was speziell zum Studiengang zählt. Und dann, wenn man die besteht und eine gute Note bekommt, kann man sich auch für einen Studiengang bei uns in der Hochschule mit weiterbewerben, für den man sich vorher sozusagen entschieden hat. Und dafür, für diese Zugangsprüfung, gibt es auch einen halbjährigen Vorbereitungskurs. Wer sich das vielleicht nicht so aus der Kalten zutraut, kann sich auch ein halbes Jahr bei uns schulen lassen, an diesem Vorbereitungskurs teilnehmen und wird so auf diese Zugangsprüfung vorbereitet und kann dann auch ein Studium bei uns beginnen. Also das zum großen Batzen der Möglichkeiten, wie man bei uns an der Hochschule ein Studium beginnen kann. Natürlich sind die allermeisten Abiturienten, aber wie gesagt, die Möglichkeiten sind sehr groß, sehr vielfältig und nutzt die Chance. Also nur weil ich kein Abi habe, heißt das nicht, dass ich einem Studium nicht gewachsen wäre. Also ich kann alle motivieren, die Lust darauf haben, die Interesse haben, sich zu bewerben. Also nutzt es einfach, macht es. So, haben wir noch Fragen? Wir haben erst mal keine Fragen mehr. Dann erzähle ich einfach noch was aus dem Studienalltag. Wir können es ja mal festmachen an einer Beispielvorlesung. Wir nehmen mal ein Beispiel aus dem Studiengang Medienmanagement. Dort gibt es verschiedene Vertiefungsrichtungen. Vertiefungsrichtungen, zum Beispiel gibt es die Vertiefungsrichtung Production. Das ist eine Fernsehvertiefung und dort hat man eine Vorlesung zum Thema Screenwriting, also wie schreibe ich Inhalte für das Fernsehen oder für Screens sozusagen, also auch für Kino, für Streamingdienste, wie auch immer. Dort lerne ich das theoretisch. Dann mache ich ein Seminar, arbeite es vielleicht praktisch aus, also entwerfe mal ein Konzept. Und dann mache ich es praktisch. Dann gibt es das Praktikum. Dort geht ihr ins Studio, bei uns ins Fernsehstudio und setzt es praktisch um. Und so drehen unsere Medienstudis diverse Live-Events, machen auch Fiktionales und so weiter, drehen für unsere Hochschulsender. Und das könnt ihr im Prinzip analog auf alle Studiengänge übertragen, wie sich die Theorie mit der Praxis verknüpft. Natürlich äußert sich die Praxis in einem Wirtschaftsstudium ein bisschen anders. Dort macht man vielleicht eher eine Businessplanung, eine Wirtschaftssimulation, ein Planspiel sozusagen. Und dort äußert sich die Praxis so. Aber es gibt immer die Vertiefung, die Theorie verknüpft mit der Praxis. In der Zwischenzeit haben wir noch eine Frage reinbekommen. Was kostet das Ganze dann? Was das Ganze dann? Also das Studium an sich ist kostenfrei. Das hatten wir schon geklärt. Zecke Rote, vielleicht kannst du die Frage noch mal kurz konkretisieren. Das Studium an sich ist kostenfrei. Es gibt keine Studiengebühren an staatlichen Studiengängen in Sachsen. Solltest du dich noch auf die Zugangsprüfung beziehen, was ich gerade erzählt habe zum Studieren ohne Abi, die Frage war ja auch von dir, dann ist es so, dass diese Zugangsprüfung an sich kostenfrei ist. Das heißt, wenn du einfach nur die Prüfung schreiben möchtest, das kleine Abitur sozusagen schreiben möchtest, dann ist das Ganze kostenfrei. Solltest du an diesem halbjährigen Vorbereitungskurs teilnehmen wollen, der dich auf diese Zugangsprüfung vorbereitet, dann kostet dieser einmalig 480 Euro. Also das ist sozusagen die Teilnahmegebühr von 480 Euro, die für diesen Vorbereitungslehrgang fällig werden, aber nicht für die Zugangsprüfung. Die ist kostenfrei. Das zu den Kosten. Gut. Ich habe jetzt gerade noch so einen Begriff gesagt, Vorbereitungslehrgang. Vorbereitungslehrgang. Das gibt es übrigens auch für diejenigen, die ein Studium bei uns beginnen möchten. Wenn ihr vielleicht euch bei uns beworben habt, aber schon ein oder zwei Jahre aus der Schule raus seid, weil ihr vielleicht eine Ausbildung gemacht habt in der Zwischenzeit oder ein freiwilliges soziales Jahr, dann könnt ihr vor Vorlesungsbeginn an unseren Vorbereitungskursen teilnehmen. Die gibt es in verschiedenen Fächern, wo ihr so ein bisschen das Schulwissen nochmal auffrischen könnt, um nicht ganz aus der Kalten ins Studium zu starten sozusagen. Die Teilnahme ist freiwillig. Die Plätze sind auch begrenzt. Das heißt, man muss sich dafür anmelden. Aber auch das ist nochmal eine Möglichkeit, um sich gut auf das Studium vorzubereiten. So. Ich gebe euch einfach nochmal kurz einen Überblick über unser Studienangebot oder über unsere Studiengänge, die vielleicht einzigartig bei uns sind. Wir haben zum Beispiel die allgemeine und digitale Forensik. Die habe ich ja schon angesprochen. Ist an staatlichen Schulen so einzigartig. Die digitale Forensik als Schwerpunkt. Wir haben auch den Studiengang Global Communication and Business and Culture, wo ihr zum Beispiel ein verpflichtendes Auslandssemester dabei habt. Und eben ein sehr interkulturelles Studium habt mit viel Wirtschaft, mit Medien, mit Kommunikationswissen. Aber wir haben zum Beispiel auch das einzige staatliche E-Sports-Angebot in Deutschland. Das heißt, wenn ihr euch für diese Richtung E-Sports interessiert, dann könnt ihr das auch bei uns studieren. Staatlich studieren. Also nicht bei privaten Studienstandorten, die vielleicht Studiengebühren verlangen, sondern staatlich bei uns. Gibt es bei uns als Ausprägung so ein bisschen in zwei Studiengängen. Schwerpunkt ist der Studiengang Medienmanagement, der sich mit E-Sports befasst. Dort gibt es Vertiefungsrichtungen. Eine davon E-Sports and Games Marketing, wo ihr eben die ganze Maschinerie, dieses große Gebilde des E-Sports kennenlernt. Also ihr seid da nicht diejenigen, die die Spiele entwickeln oder ähnliches, sondern bei euch geht es wirklich eher so ein bisschen um die Management-Komponente. Was für Ligen gibt es? Was für Turniere gibt es? Wie organisiert man so ein Turnier? Wie stellt man für so eine Liga, wie stellt man so eine Liga zusammen? Wie funktioniert diese ganze E-Sports-Branche auch mit der Vermarktung, mit den Publishern und so weiter und so weiter? Wer dort Interesse hat, kann natürlich auf den bekannten Kanälen mal Kontakt zu uns aufnehmen. Es gibt einen Discord-Channel dazu. Auch auf Twitch ist immer mal was zu sehen von uns bei der Hochschule. Also wen das interessiert, der kann natürlich auch sehr gerne dahin gehen. Und die andere Hälfte, in Anführungsstrichen, von E-Sports, die, die überhaupt mal die Basis schaffen, damit es E-Sports gibt, ist unser Studiengang Medieninformatik und interaktives Entertainment. Das sind also unsere Computerspielentwickler und Game-Designer unter anderem, die also in ihrem Studium lernen, ein Computerspiel zu entwickeln. Von der Pike auf, da wird ein Brettspiel erstellt im ersten Semester, um zu verstehen, wie baue ich so ein Spiel dramaturgisch auf, wie baue ich Regeln auf, wie kann ich Wendungen in so ein Spiel einbauen und was sich dann sukzessive im Studium erweitert, bis ihr im fünften Semester, ein ganzes Semester lang, gemeinsam mit euren Kommilitonen, ein großes Computerspiel entwickelt. Die Computerspiele der letzten Jahre sind auch im Web alle zu finden. Könnt ihr mal anspielen, einfach mal bei Google suchen oder bei unseren Medieninformatikern auf der Seite gucken und dort sind die Spiele in den letzten Jahren zum Probespielen. Und da seht ihr, was ihr dann am Ende des Studiums könnt. Genau, also ihr seht wirklich einzigartige Studiengänge bei uns, aber natürlich gibt es auch zukunftssichere Klassiker sozusagen, die euch super solide ausbilden und die eine tolle Jobgarantie haben. Zum Beispiel unsere Ingenieurstudiengänge mit Maschinenbau, Elektrotechnik und Lasertechnik. Das sind alles Studiengänge, die kann man vielleicht auch woanders studieren, aber da kommt halt wieder unser Vorteil der Größe, der kleinen Größe der Hochschule zum Tragen. Ihr könnt euch hier eben wirklich ausprobieren. Ihr könnt das in kleinen Gruppen alles mal praktisch ausprobieren. Ihr habt einen kurzen Draht zum Professor. Ihr habt hier eine richtig gute Ausstattung in Midweida und könnt eben das, was ihr theoretisch überall lernen könntet, bei uns auch praktisch wirklich ausprobieren und euch testen und so auch euch über euren beruflichen Werdegang schon im Klaren werden. Wir haben auch in allen diesen Studiengängen meistens Vertiefungsrichtungen eingebaut. Das heißt, man beschreibt sich erstmal ganz allgemein ins Studium ein und kann dann nach zwei Semestern meistens, also nach einem Jahr, erst dann entscheidet man sich für eine Vertiefungsrichtung, damit man sich eben wirklich vorher ausprobieren kann, mal überall kurz reinschnuppern kann und erst dann seine Entscheidung trifft, auf dem Gebiet möchte ich Experte werden. Das kann man gar nicht einschätzen, wenn man sich einfach so für das Studium einschreibt. Woher wollt ihr das so genau wissen? Und deswegen haben wir das so gemacht, dass ihr euch wirklich ein Jahr ausprobieren und orientieren könnt und dann findet ihr die für euch richtige Richtung. Das Gleiche, was ich jetzt für unsere technischen Studiengänge gesagt habe, gilt natürlich auch für unsere Management-Studiengänge, Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebswirtschaft, nachhaltiges Immobilienmanagement und Energie- und Umweltmanagement und das gilt auch für unsere Informatik- und naturwissenschaftlichen Studiengänge, für alle Studiengänge. Ich komme nochmal kurz auf, oh, wir haben eine Frage dazwischen von Johannes Kaufmann. Guten Abend aus Österreich. Wird für die Anrechnung der HTL Matura auf den Diplomstudiengang bereits der Ingenieurtitel vorausgesetzt? Johannes, da müsste ich jetzt ein bisschen weiter ausholen und das ist jetzt sehr speziell. Ich würde dich mal bitten, rüberzugehen auf unseren virtuellen Informationsstand vom Bewerberservice. Dort sitzen meine Kolleginnen, die Frau Ulich und die Frau Kirschner. Die können dich da ganz genau und individuell beraten. Die wissen dann auch, was oder dann kannst du nochmal genau schildern, was für einen Abschluss du hast und auf welchen Studiengang du das anrechnen lassen möchtest. Und einfach rübergehen an den virtuellen Informationsstand, dort in den Link reinklicken, das Fenster öffnen lassen und dann entweder per Video-Chat, per Audio-Chat oder per geschriebenem Chat dort deine Frage stellen, wenn das für dich okay ist. Ich würde nochmal zum Abschluss, wir haben noch zehn Minuten, euch nochmal so ein bisschen was darüber erzählen, wie das Studentenleben in Midweida abseits der Vorlesung, der Seminare und der Praktika so abläuft. Ich habe gesagt, wir sind eine Kleinstadt in Midweida, aber die Hochschule und natürlich auch die Stadt bieten euch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und auf die Möglichkeiten der Hochschule möchte ich nochmal so ein bisschen zu sprechen kommen. Wir haben verschiedene Projekte bei uns an der Hochschule, studentische Projekte, bei denen ihr euch neben dem Studium beteiligen könnt. Das müsst ihr euch vorstellen wie eine AG in der Schule, wo man eben in seiner Freizeit, möchte ich mal so sagen, sich noch neben dem Studium engagiert, meistens in Projekten, die zum Studiengang passen oder die einfach die persönlichen Interessen unterstützen. Das ist, was wir schon hatten, TMM, unser Motorsport-Team. Das ist natürlich für Ingenieure super, aber wie gesagt auch für Medienleute, die was über Sponsoring-Verhandlungen lernen wollen, die das Projekt vermarkten wollen. Das ist für Betriebswirte oder für Wirtschaftler super, die sowas mal kalkulieren wollen. Was darf so ein Rennwagen kosten? Was kostet uns die Rallye-Anmeldung? Einfach eine Kalkulation dazu aufstellen müssen. Das heißt, bei diesem Projekt kommt schon ganz viel zusammen. Dann gibt es aber auch Projekte bei uns, die vielleicht nicht so speziell auf Studieninhalte abzielen. Zum Beispiel unsere Hochschulbühne, unser Theater, was ich euch auch schon mal kurz angesprochen habe im Vortrag. Wer da vielleicht noch nicht dabei war, unsere Hochschulbühne ist eine Theatergruppe, besser gesagt seit einigen Jahren eine Musicalgruppe hier an der Hochschule, die mit weiter im Dezember immer in ein großes Musical- und Theaterfieber versetzen. Da kommen Studis aus allen Bereichen, aus allen Fakultäten zusammen und sind dort Schauspieler, Sänger, Tänzer vor der Bühne und Maske, Requisite, Regie, musikalischer Leiter, Tontechniker hinter der Bühne. Also da kommen wirklich alle Bereiche zusammen und stellen im Dezember immer ein großes Musical- oder ein großes Theaterstück auf die Beine. Und dort ist die ganze Stadt auf den Beinen. Also da gibt es immer einen enormen Run auf die Karten und meistens sind es einfach zu wenig Karten für zu viele interessierte Bürger. Wo man sich auch noch engagieren kann, ist natürlich unser Studenten-Club. Habe ich auch schon mal erwähnt. Es gibt einen Club und die dazugehörige Kneipe. Auch das ist rein studentisches Engagement. Das heißt, da treffen sich auch die Studis in einem Verein und organisieren eben die Partys und die Kneipenabende für uns. Also auch da kann man neben dem Studium natürlich sich beteiligen. Ein Angebot direkt von der Hochschule ist der Hochschulsport. Das ist immer ein sehr guter Ausgleich zum Studium und da haben wir auch ein sehr, sehr breites Angebot. Es gibt verschiedene Mannschaftssportarten, Volleyball, Basketball und so weiter. Es gibt einen Kraft- und Trainings-Fitnessraum bei uns sozusagen, bei dem die Studis natürlich Zutritt haben, wo man dann Kraft, Cardio, Ausdauer trainieren kann. Und es gibt auch verschiedene Angebote, Sportangebote, die wir gemeinsam mit lokalen Vereinen machen. Das ist immer jedes Semester so ein bisschen wechselndes Programm. Das kann zum Beispiel Kanufahren auf der Chopo hier sein. Das kann Bouldern in Chemnitz sein. Das heißt, auch das ist ein super Ausgleich zum Studium, wo man sich einfach als Student anmeldet für den Hochschulsport und dann für ein Semester meldet man sich immer an und dann sozusagen dort seinen Ausgleich im Semester hat. Also da sind auch die Angebote ganz, ganz breit. Und dann gibt es auch immer mal studentische Projekte, die sich für ein Semester mal wieder zusammenfinden. Dann vielleicht, weil nicht genug Beteiligung da ist, mal wieder nicht stattfindet. Zum Beispiel haben wir einen Hochschulkor, der kleinere Auftritte immer mal realisiert. Wir haben seit kurzem wieder eine Studentengemeinde. Das heißt, wo sich die Studis zusammenfinden und sich über Gott und den Glauben austauschen, unsere Studentengemeinde. Und das, wie gesagt, das gibt es mal, dann gibt es das mal wieder nicht. Das hängt maßgeblich auch davon ab, ob sich Studis finden und das gemeinsam gründen. Genau, das sind so im Wesentlichen die studentischen Projekte. Es gibt natürlich noch einige mehr. Ja, trotzdem haben wir natürlich immer noch viel Freizeit übrig. Dann, wie gesagt, hat die Stadt ein kleines Kino. Die sächsischen Großstädte sind nicht weit. Mit Weider und das Umland hier ist sehr schön für Ausflüge, zum Picknicken, Grillen, Baden gehen. Und auch Party, große Party können wir hier in Mitweider. Neben denen im Studentenclub, habe ich schon gesagt, es gibt einmal jährlich das Campus-Festival hier in Mitweider. Organisiert und durchgeführt von unseren Medienstudis. Das heißt, die müssen da arbeiten an dem Abend und können da nicht so richtig mitfeiern. Alle anderen dürfen feiern. Studis aus allen Fakultäten. Die ganze Stadt kommt da bei uns zusammen. Auf dem Technikumplatz, das ist der Platz, den ihr hier neben mir seht, vor unserem Hauptgebäude. Der ist dann voller Menschen. Und dort treten tolle Künstler auf. Im letzten Jahr zum Beispiel war Weltstar Alice Mürton hier bei uns in Mitweider. Hat in unserem beschaulichen Städtchen gespielt und den Technikumplatz zum Beben gebracht. Und das ist eine tolle Möglichkeit, Wir haben auch noch ein zweites Festival, das House on the Hill Festival. Das organisiert unser Studentenclub auch einmal im Jahr. Das heißt, hier kommt die Freizeit nicht zu kurz. So, wir haben noch fünf Minuten hier im Livestream. Wenn ihr noch Fragen habt, wer von euch noch dabei ist, nutzt jetzt nochmal die Chance, die Fragen in den Livestream zu schreiben. Und ansonsten kann ich nochmal den Appell an euch richten, nutzt die Angebote, die euch die Hochschule bieten. Durch die Studienberatung. Also wer heute vielleicht seine Frage nicht gestellt hat, sich nicht getraut hat, der kann sich gerne persönlich bei mir melden. Per Mail, per Telefon, per WhatsApp, per Live-Chat, auf den Social-Media-Kanälen könnt ihr schreiben. Und nutzt das wirklich ab morgen früh. Um acht bin ich wieder für euch zu erreichen, auf den Kanälen, die ich eben aufgezählt habe. Und da hören wir uns dann spätestens wieder. Eine Sache noch zum Schluss. Für diejenigen unter euch, die sich bei uns beworben haben und ihr Studium schon auf jeden Fall bei uns beginnen werden. Vielleicht ist der ein oder andere dabei. Es gibt natürlich auch ein tolles Angebot zu Studienbeginnen. Das sind unsere erst die Tage. Unsere Infotage für Erstsemester sozusagen. Man kommt jetzt von seiner Schule. Das war immer ein Gebäude. Vielleicht gab es ein zweites Gebäude. Das war alles klein und überschaubar. Und jetzt wohnt man plötzlich alleine in Midwalder und hat so ein Campus vor sich. Die Situation ist doof. Und deswegen gibt es natürlich auch Infotage von uns, wo wir euch in das Hochschulleben sozusagen mitnehmen und rein begleiten. Und da gibt es verschiedene Angebote. Informationsveranstaltungen, Campusführung, gemeinsames Frühstück und so weiter, gemeinsame Partys in normalen Jahren. In diesem Jahr haben wir das Angebot ein bisschen modifiziert, aber es gibt erst die Tage. Wir werden ein virtuelles Angebot schaffen. Wenn ihr noch nicht alle angereist seid, wenn ihr noch zu Hause seid, könnt ihr euch also schon so ein bisschen aufs Studium vorbereiten. Das wird dann unter anderem hier auf YouTube stattfinden. Vielleicht auch mit dem unter anderem Livestream, so wie jetzt gerade hier. Und dann gibt es auch noch kleinere Veranstaltungen hier vor Ort, die natürlich alle mit entsprechenden Sicherheits- und Hygienemaßnahmen durchgeführt werden. Auch kleinere Campusrundgänge. Dort werden wir euch alle noch mal informieren, wenn es soweit ist. Also jeder, der sich bei uns beworben hat, kriegt sein individuelles Programm für die erste Tage zusammengestellt. Die finden immer vor Semesterbeginn statt. Das heißt, ihr solltet euch zwei Wochen vor Vorlesungsbeginn freihalten. So ab 5. Oktober könnt ihr euch mal vormerken, wird es dort Angebote geben, virtuell und in Midweida. Und am 19. beginnen dann hoffentlich unsere Vorlesungen. Drücken wir alle die Daumen, dass die Situation jetzt so bleibt. So, und wenn jetzt keine Fragen mehr sind, dann habe ich zwar noch drei Minuten offen, aber dann würde ich sagen, haben wir eine weitere Infoveranstaltung für euch über die Bühne gebracht. Ich hoffe, ihr konntet euch gut informieren. Ich sage jetzt nicht noch mal, wie ihr mich erreicht. Das habt ihr alle mitbekommen. Ich kann sie auch einfach noch mal zeigen, wenn das geht, wenn mich die Regie lässt. So, da. Also hier noch mal meine Kontaktdaten. Und genau, meldet euch bei mir. Ansonsten sehen wir uns vielleicht, wer sich jetzt schon beworben hat oder wer sich jetzt bewirbt, sehen wir uns im Herbst in Midweida hier bei uns vor Ort. Ich würde mich freuen. Ansonsten vielleicht zum Studieninfotag im Januar. Und jetzt höre ich auf, hier die Zeit zu strecken. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, wünsche euch noch einen schönen Abend und bis bald in Midweida. Macht's gut. Tschüss. Herzlich willkommen bei uns an der Hochschule Midweida. Ich möchte dich mitnehmen auf eine kleine Runde über unseren Campus und dir dabei verschiedene Gebäude hier bei uns an der Hochschule zeigen. Und wir fangen auch direkt an in einem unserer neuesten Gebäude, dem Zentrum für Medien und Soziale Arbeit. Hier drin lernen also Studierende aus zwei wichtigen Bereichen der Hochschule. Unsere Sozialarbeiter und unsere Medienstudiengänge. Wir haben hier drin alles. Ein Fernsehstudio, ein Radio, eine Druckerei, verschiedene Schnittplätze, ein Effektstudio. Also alles, was das Medienherz begehrt. Und was es sonst noch bei uns zu entdecken gibt, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. So, jetzt stehen wir vor unserem Hauptgebäude, Haus 1. Hier wirst du in deinem Studium vielleicht die ein oder andere Vorlesung oder das ein oder andere Seminar haben. Viel wichtiger sind aber die Ansprechpartner für dich, die hier im Haus ihre Büros haben. Wenn du dich für ein Studium interessierst, dann wendest du dich am besten direkt an mich. Wenn im Studium Fragen auftreten sollten, dann ist der Studierendenservice für dich da. Melde dich einfach bei deiner Betreuerin oder deinem Betreuer und wehrt alle deine Fragen zum Studium los. Wir alle sitzen hier im Haus 1 für dich. Und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter. Kommt mit! Ja, wir sind jetzt vor unserem Haus 5 angekommen, der Heimat unserer Ingenieure. Hier in dem Gebäude lernen also Maschinenbauer, unsere Elektrotechniker, unsere Mechatroniker und viele weitere Studis. Hier drin befinden sich also ganz viele Labore und Werkstätten für diesen Bereich. Unter anderem ein Robotiklabor, ein 3D-Drucklabor, aber auch eine Trainingsfabrik. Das heißt, wir simulieren dort verschiedene Abläufe einer großen Fabrik im Kleinen nach, um das nachzuvollziehen können, um das ganze Verständnis dafür zu entwickeln. Und auch im Haus 5 befinden sich unsere beiden größten Hörsäle. Und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt nochmal an. Auf dem Weg dahin gucken wir nochmal bei unserem Rennwagen vorbei. Das heißt, wir haben ein studentisches Team, die gemeinsam Rennwagen konstruieren und damit international an Rennen teilnehmen. Und den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. So, und das ist das gute Stück. El Cobra ist der aktuelle Elektrobolide von unserem Rennteam. Und genau, damit nehmen die Internationalen an Rennen teil und den konstruieren die Studis neben dem Studium in unserem Projekt TMM, was so viel heißt wie Technikum Midweider Motorsport. Und jetzt schauen wir in den Hörsaal. Machen wir noch das Licht an. So, wie gesagt, das ist unser größter Hörsaal. Den gibt es zweimal so in der Form hier im Haus. Und ihr seht, das ist doch recht überschaubar. Hier passen knapp 200 Studis rein und größer wird es bei uns hier nicht. Das heißt, man lernt in wirklich kleinen Gruppen die jeweiligen Inhalte zu seinem Studiengang kennen. In der Vorlesung wird die Theorie vermittelt und im Praktikum geht man dann in die Labore und in die Werkstätten und macht das, was man theoretisch gelernt hat, praktisch in kleinen Gruppen gemeinsam nach der Vorlesung. Als Studierender muss ich natürlich auch irgendwo wohnen. Das ist meistens der erste Moment im Leben, wo ich von zu Hause ausziehe. Und eine Möglichkeit ist das Studentenwohnheim. Seht ihr hier hinten verschiedene Gebäude, die dort dazugehören. Und die meisten Zimmer bei uns sind heute Einzelapartments. Das heißt, ein eigenes Zimmer mit eigener Küche und einem kleinen Bad. Es gibt aber auch noch vereinzelt WGs. Und da kann sich also jeder das raussuchen, was ihm am besten gefällt. Für die Wohnheime bewirbt man sich bei unserem Studentenwerk, dem Studentenwerk Freiberg. Und wenn ihr Fragen oder Infos zu einem Wohnheimplatz möchtet, dann meldet euch gerne dort bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Studieren heißt natürlich nicht nur lernen, sondern studieren heißt natürlich auch feiern. In Mittweida geht es am besten in unserem Studentenclub. Der wird von unseren Studis natürlich selbst betrieben in einem eigenen Verein. Dort kann man also unter der Woche abends hingehen und sein Bierchen trinken, mit Freunden treffen. Oder man geht in die Schwämme. Das ist unsere Studentenkneipe, die zu unserem Club dazugehört. Es gibt also genug Möglichkeiten hier in Mittweida, um abends einen Ausgleich zum Studium zu schaffen. So, als nächstes schauen wir uns unser Haus 6 an und müssen dazu mal auf die andere Seite von dem Gebäude hier gehen. Das ist schon Haus 6, was ihr hier seht. Aber von der anderen Seite sieht man das Ganze noch besser. Jawohl. So. Jetzt stehen wir vor Haus 6. Seht ihr hier hinter mir. Hier sind unter anderem unsere Informatiker zu Hause, aber auch unsere Ingenieure und unsere Wirtschaftswissenschaftler. In verschiedenen Laboren könnte ich in den Bereichen der Softwareentwicklung, der IT-Sicherheit, aber auch in den Bereichen der Forensik oder des Wirtschaftsingenieurwesens lernen. Hier drüben seht ihr unser Haus 3. In dem sitzen unsere Elektrotechniker und auch unsere technischen Informatiker. Aber als Student kann ich nicht nur den ganzen Tag lernen, sondern ich muss auch was essen. Und deswegen schauen wir jetzt mal zur Mensa. So, und zu guter Letzt noch zwei sehr wichtige Gebäude. Mensa und Bibliothek. Momentan teilen sich die beiden bei uns noch ein Gebäude. Das heißt, ich hole mir mein Mittagessen und kann dann direkt weiter lernen. Wir bekommen aber bald eine große, neue Bibliothek auf dem Campus, wo dann beide Mensa und Bibliothek ausreichend Platz für sich selber bekommen. Alles, was es hier in der Bibliothek als gedrucktes Buch gibt, gibt es natürlich auch als E-Book online zur Verfügung gestellt und natürlich noch viel, viel mehr. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer kleinen Campusführung angekommen. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, schaut im Web www.hs-mittweider.de. Dort findet ihr alle wichtigen Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Studiengängen. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gern bei mir. Bis bald!